durch diesen späten Vormittag zu moderieren. Ein bisschen Hintergrund, Fakten, Kitas geschlossen, Schulen zu, Spielplätze nicht zu betreten. Ein anderer Aspekt, die viel gepriesene Digitalisierung, die Möglichkeit, digitale Lernformate und Lehrformate anzubieten, startet sehr holprig. Bertelsmann hat eine Studie veröffentlicht, nachdem jedes vierte Kind überhaupt keinen Zugang zu digitalen Endgeräten hat. Das ist die technische Seite. Die andere Seite ist die soziale Seite, die menschliche Seite, wenn die Kinder zu Hause sind. Besonders betroffen zeigt gerade auch eine Studie, sind Kinder aus sozial benachteiligten Familien. Insgesamt, das DIW hat dazu gestern etwas publiziert, dass jede zweite Mutter von Kindern unter sechs Jahren sich massiv beeinträchtigt fühlt. Über das, was in der Corona-Krise deutlich geworden ist, letztlich aber schon weit vor Corona, ein Problem war, die Frage ist, was ist zu tun, was muss sich bei Familienpolitik und für Kinder bessern? Darüber freue ich mich zu sprechen. Mit diesen Gästen. Ich freue mich auf Karlin Wenzel. Sie ist Medinitiatoren der Elterngruppe Eltern in der Krise. Sitze in München. Willkommen, Frau Wenzel. Dankeschön. Auf Natalia Rössler vom Bundeselternetzwerk der Migrantenorganisationen. Sie ist uns auch aus München zugestaltet. Willkommen, Frau Rössler. Hallo. Wir haben Marion von Zurgaten. Sie ist Abteilungsleiterin sozialer Arbeit, wenn ich das richtig erinnere, beim Paritätischen Wohlfahrtsverband und Buchautorin. Ich freue mich auch, dass Sie dabei sind. Willkommen, Frau von Zurgaten. Katharina Lutz. Sie ist aus Bremen zugeschaltet. Familien- und Lebenslaufsoziologin. Frau Lutz, ich wollte ganz kurz das Bild noch von Ihnen sehen. Einen guten Morgen aus, ich höre Sie zumindest. Ja, willkommen. Hallo, Frau Lutz. Ich freue mich sehr spannend. Ich fand das sehr spannend. Lebenslaufsoziologin. Vielleicht erzählen Sie gleich noch ein bisschen mehr dazu, was das ist. Und ich freue mich auch gleich auf Ihre Statements zu diesem Thema zum Eingang. Und schließlich, nein, wir haben noch zwei. Wir haben Sonja Alefi zugeschaltet. Eine Unternehmerin. Sonja Alefi, willkommen, auch aus München, glaube ich, zugeschaltet. Sie ist Gründerin von Little Travel Society mit einem sehr spannenden Hintergrund. Sie sind, glaube ich, auch Kulturwirtschaftlerin, Studierte. Auch dazu ganz spannend, viele, viele Aspekte, die Sie gerne einbringen können. Und wenn ich das sagen darf, wenn ich das recherchiert habe, richtig, Mutter von drei Töchtern. Insofern willkommen in der Runde, Frau Alefi. Und schließlich, wir haben den Deutschen Bundestag vertreten über den familienpolitischen Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag, Gregorius Agelidis. Willkommen. Der ist aus seinem Urlaub aus Röden zugeschaltet. Hallo, Herr Agelidis. Hallo, schönen guten Tag. Ja, ich freue mich sehr und mag jetzt mal in der Runde, wie wir gerade gestartet sind, vielleicht, dass jeder ganz kurz ein Statement abgeben möchte. Ich möchte starten mit Frau Wenzel. Und vielleicht machen wir uns alle wieder alle sichtbar, nachdem wir ganz kurz dabei waren. Frau Wenzel, ich habe bei Ihnen mal das Zitat gesehen. Das Drama ist, Familien dürfen nicht weniger wert sein als die Fußball-Bundesliga. Ja, genau. Möchten Sie dem noch was hinzufügen oder ist damit schon sehr viel gesagt? Das Drama ist eigentlich alles gesagt. Nein, ich würde dem gerne noch etwas hinzufügen. Wir haben Eltern in der Krise als eine Initiative im April diesem Jahres gegründet, weil wir wirklich erschüttert waren darüber, wie wenig die Bedürfnisse von Kindern, aber auch Eltern in der aktuellen Krisensituation berücksichtigt waren. Die Krise hat irgendwie wie ein Rennglas gezeigt, wo die Schwachstellen im System liegen. Kinder sind nicht das reine Privatvergnügen von Eltern, sondern sind auch eine gesamtpolitische, eine gesamtwirtschaftliche und eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und nur wenn sie in ihrer Rolle als Zukunftsträger dieses Landes auch wirklich öffentlich wahrgenommen werden, wird sich daran etwas ändern. Und dafür wollen wir uns von Eltern in der Krise gerne einsetzen. Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich gleich auf viel mehr Beiträge von Ihnen. Das war das erste Eingangsstatement und der erste Blick von Ihnen. Herzlichen Dank, Frau Rösler. Aus Ihrer Sicht, mit welchem wichtigen Thema oder was ist für Sie besonders auf dem Herzen, was Sie heute vertiefen würden in den kommenden zwei Stunden? Ja, also ich danke für die Anruf in die Sessionsrunde. Ich sage ganz kurz, welche Organisation ich komme. Bundesverband der Migrantenorganisationen für Bildung und Teilhabe hat sich vor zwei Jahren gegründet, aber mit einer Vorlaufarbeit, also wir haben seit zehn Jahren, sind wir schon an dem Projekt dran. Und das ist ein Zusammenschluss der migrantischen Verbände unterschiedlicher Kommunikation. Und wir setzen uns natürlich vor allem Bildung, also unser voller Name ist Bundesverband der Migrantenorganisationen für Bildung und Teilhabe. Also wie es jetzt aus dem Namen herausgeht, hervorgeht, also setzen wir uns für Bildung und Teilhabe ein. Und also natürlich diese Situation, in der wir jetzt alle geraten sind, hat jetzt tatsächlich so einen Test gezeigt, also wo unsere Schwachständigen. Und natürlich haben wir viel Rückblick bekommen von Eltern mit Migrationshintergrund aus allen unterschiedlichen Communities. Und diese Problematik war vor allem auch für Eltern mit Migrationshintergrund auch besonders schwer. Also es gibt auch unterschiedliche Eltern mit Migrationshintergrund, mit etwas höherem und mit niedrigerem Bildungsstandard. Es gibt ja wirklich tatsächlich sehr unterschiedliche durch alle Sozialisten, dass sie nicht in diesem Bildungssystem sozialisiert worden sind. Und sie kennen es in dem Bildungssystem nicht so richtig gut aus. Und das System, das sage ich als Mutter von zwei schulpflichtigen Kindern, ist sehr stark auf Elternbeteiligung ausgerichtet in Deutschland. Also von Eltern hängt ziemlich viel ab, also in der Schule. Und wenn das Elternteil noch das nicht so richtig vielleicht versteht oder nicht so richtig durchdringt, dann war es natürlich in dieser Situation besonders hart, weil diese ganzen Umstellungen und Regelungen einfach nur noch schlicht einfach schlecht zu vermitteln waren. Und das ist uns unser Hauptpunkt. Ja, freue mich sehr auf gerade diesen interkulturellen Aspekt, den Sie hier einbringen, weil der ist relevant und glaube ich auch in der Diskussion, soweit ich sie wahrnehmen kann, bisher medial sehr unterschätzt. Also vielen Dank, freue ich mich, dass Sie dabei sind. Frau von Zugarten, Ihr Blick aus Sicht des Parathetischen Wohlfahrtsverbandes auf das Thema. Nur ein Eingangsstatement vielleicht. Ja, gerne. Ich glaube, eine Blaupause für einen Umgang mit Pandemien, wie Sie sich jetzt mit Corona gezeigt haben, hat niemand in der Tasche. Ungeachtet dessen hat die Situation, die jetzt eingetreten ist, aber deutlich gemacht, wo wir sozialpolitischen Handlungsbedarf haben. Denn auch die Familien sind keine homogene Gruppe, sondern sie sind höchst heterogen. Und so zeigen sich auch unterschiedliche Bedarfslagen, die wir genau analysieren und wo wir genau gegensteuern müssen. Ja, da werden wir auch sicher drauf kommen. Da gibt es sicher auch politisch schon viele Anträge, die eingebracht wurden, aber vieles ist noch offen. Insbesondere geht es ja nicht nur um die Frage, wie wir aus der Krise rauskommen, eine ganz andere ist die Prävention. Wie vermeiden wir, dass wir jemals in dieses Loch wieder fallen für den Fall einer zweiten Welle? Was kann und muss Politik da leisten? Hören wir gleich Herrn Agilides ja mit einem ersten Impuls zu. Aber vielen Dank, Frau von Zurgaten. Dann aus Sicht der Lebenslaufsoziologin. Frau Lutz. Ja, genau. Also ich bin Familien- und Lebenslaufsoziologin vielleicht, weil Sie es angesprochen haben in der Lebenslaufsoziologie. Gucken wir zum Beispiel, wie sich bestimmte Ereignisse, sagen wir zum Beispiel die Geburt von Kindern, zum Beispiel auf den Lebenslauf von Eltern auswirken. Zu dem Bereich habe ich viel geforscht und gelehrt. Und jetzt in der Krise, die mich auch persönlich betroffen hat, aber ich versuche das, mich als Expertin in eben dieses Bereiches einzubringen. Mit einer Kollegin, Sonja Bastin, habe ich mich jetzt vor allem versucht, landespolitisch ein bisschen einzubringen und da irgendwie bei Bremer Landespolitikern Gehör zu finden. Mit dem Motto, also es gibt Lösungen, aber das Problem ist, dass sich bisher halt, so sieht es zumindest von außen aus, niemand richtig drum kümmert, beziehungsweise zumindest niemand drum kümmert, der die Macht hätte, was zu verändern. Also das wäre so unser großer Vorwurf an die Politiker, sowohl im Landes- als auch in der Bundespolitik. Ja, da können wir ja gleich mal hinhören. Wir haben ja einen Vertreter, zumindest bundespolitisch hier. Herzlichen Dank, Frau Lutz. Und Frau Alefi, aus Ihrer Sicht vielleicht ein Eingangsstatement? Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier dabei sein kann, weil ich aus meiner Sicht im Epizentrum der Bildungskrise bin, weil ich persönlich dreifach betroffen bin. Also weil ich bin ja, wie Sie gesagt haben, Mutter von drei Töchtern und musste dann im Lockdown plötzlich drei Kinder beschulen, weil, also digitalen Unterricht habe ich in Bayern an der Grundschule nicht eine Stunde bisher erlebt. Also das war, wie man auf Bayerisch sagt, eine Zettelwirtschaft, mit der wir gearbeitet haben. Und ich finde, da zeigt sich eben ein Problem, das man angehen muss mit der Digitalisierung. Ja, also das hat einfach nicht funktioniert. Und dann bin ich natürlich noch dazu Unternehmerin im Tourismusbereich. Ja, also zur gleichen Zeit hat natürlich, ist mein Unternehmen in Schieflage geraten und musste da natürlich wirklich kämpfen. Und eine Besonderheit meines Unternehmens ist, dass ich mit fünf, ich habe fünf jungen Mütter als Angestellte, und zwar bewusst. Also ich wollte zeigen, dass man mit Teilzeitmüttern ein Unternehmen sehr gut führen kann. Hat auch fantastisch funktioniert. Ich habe ein tolles Team. Aber es war natürlich in der Zeit, hatte ich dann plötzlich auch noch drei Angestellte, die wirklich Kleinkinder hatten. Und da kann man nicht nebenbei die Arbeit machen. Also im Grunde ist es für mich gerade, weil es ist ja auch keine Aussicht auf Besserung. Es heißt ja immer, wenn die Zahlen wieder hochgehen, dann gehen die Schulen wieder zu. Und in Bayern sind wir ja noch nicht im Regelbetrieb. Für mich als Unternehmerin ist im Moment nicht das größte Risiko die Tourismusbranche. Das schaffen wir. Wir überleben das. Das größte Risiko ist, dass ich und mein Team Kinder hat. Und das darf ja eigentlich nicht sein. Ja, also wenn Kinder zum Risiko werden, dann stimmt definitiv etwas nicht in dieser Gesellschaft. Ich glaube, da können wir jetzt schon mal mit einem ersten Konsens alle zustimmen. Und ich würde jetzt bitten, wir haben vielleicht ganz kurz zur Struktur für alle Zuhörenden hier im Raum und draußen über Facebook und YouTube. Wir haben drei Teile vorgesehen. Der erste Teil nach der ganz kurzen Intro-Runde ist jetzt ein erster Impuls von Gregorius Agilides, dem familienpolitischen Sprecher der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag. Anschließend haben wir dann Zeit für eine gute Stunde, vielleicht noch ein bisschen länger, für die Diskussion untereinander zu Themen, wo Sie, meine Damen und Herren, die sich von außen zuschalten mit Kommentaren oder Fragen an uns wenden möchten, gerne diese bitte stellen. Die werden wir dann zu dieser Diskussionsrunde punktuell auch mit einbringen können. Ich sage jetzt schon, wir werden vermutlich nicht jeden Beitrag leisten und liefern können, aber wir gucken immer mit einem Auge hin, welche Fragen oder welche Themen reinkommen. Und zum Schluss möchten wir den Blick nach vorne, dass wir uns nicht in der Beschwerde alleine hier auseinander gehen, sondern Blick nach vorne gehen, was ist zu tun und dann nochmal zum Schluss strukturiert sammeln, wie müsste es nach heute weitergehen, weil zwei Stunden sind lang, aber für dieses große Thema gleichzeitig viel zu kurz. Wir werden nicht fertig werden heute, aber vielleicht kommen ein paar Ideen, wie es weitergehen sollte und mit welchen Botschaften wir auch die Politiker dann wieder in ihre Arbeit schicken, wenn der parlamentarische Betrieb im Herbst wieder weitergeht. So, insofern drei Teile vor uns und ich freue mich auf den Impuls von Griorius Agelidis, familienpolitischer Sprecher der FDP. Ja, herzlichen Dank. Ich möchte diesen Impuls auch in drei Teile sozusagen aufteilen oder einteilen. Der eine Punkt ist sozusagen, wie sehe ich die Situation aus Sicht eines Abgeordneten, gerade wenn man sich anguckt, was die Themen sind, die Politik und die Regierungen bisher nicht angegangen sind oder unzureichend. Der zweite Teil, was kann man, sollte man kurzfristig machen? Und der dritte Teil, was ist eigentlich das, was man grundsätzlich längerfristig eben machen muss und machen musste schon jenseits dessen, ob wir eine Corona-Krise hatten oder nicht. In der jetzigen Situation ärgert es mich sehr, dass wir, und das haben ja meine ganzen Vorrednerinnen beschrieben, dass die Bedarfe und die Situation von Familien, von Kindern und von Eltern viel zu kurz kommen, dass wir jenseits dessen, dass in den ersten Wochen sicherlich die Priorität auf Sicherheit und auf Erkenntnisgewinnung sein musste, wir danach aber am Ende des Tages genau diese Bedarfe, oder nicht wir, aber Regierungen und hauptsächlich, ich gehe jetzt immer die Bundesregierung an, die die Bedarfe der Eltern eben und der Kinder viel zu kurz gesehen hat. Und auch gerade das, was Frau Lechloch aus München beschrieben hat, wenn wir über Unternehmerinnen, über Arbeitnehmerinnen sprechen, also wie sieht das da eigentlich aus? Und da muss Politik und die Regierung vor allem zuallererst ein gutes Klima schaffen. Ein gutes Klima. Erhard hat schon mal gesagt, 50 Prozent der Wirtschafts- und Psychologie, ich beziehe das allgemein auf das gesellschaftliche Leben und wie es funktioniert. Und da muss es so sein, dass die Regierung eben nicht quasi den Eindruck erweckt, als ob nun Kinder und Familien Gefahrenherde sind, sondern sie muss genau das Gegenteil verwenden. Zumal es ja quasi bewiesen ist, wenn man sich anguckt, die Mehrheit der Studien sagt, es läuft sehr so, das ist wunderbar, Kinder sind keine Gefahr. Und dann nimmt man eine Studie raus, wo es vielleicht anders sein könnte und hält es die ganze Zeit dann hier auf. Und das ist eigentlich der Hauptpunkt, wo ich dann sage, die Regierung ist dafür verantwortlich, welche Priorität sie welchem Thema ansetzt. Und da würde ich mir Familie und Eltern und Kinder deutlich mehr nach vorne wünschen. Erster Punkt. Zweiter Punkt ist, dass sie auch ein Klima dafür schafft, dass eben nicht jeder, der irgendwie auf einen komischen Gedanken kommt, dann sich zuerst die Situation der Familie im negativen Sinne angreift. Es kann ja nicht sein, dass Menschen Partys feiern ohne Rücksicht zu nehmen, sozusagen auf Regeln. Und wenn dann was schiefläuft, dann werden als erstes die Schulen in die Kitas geschlossen und die Infrastruktur für Familien. Also das vielleicht nur zum kurzen Statement. Was sollte zu tun haben aus unserer Sicht, wenn man das sich anguckt und anguckt, wie sehr eben gerade auch vor allem Mütter, aber Familien insgesamt unter Druck geraten in der Situation, dann müssen wir zwei, drei Dinge kurzfristig sehr schnell regeln. Erster Punkt ist, wir brauchen, wenn man sich anguckt, der Herbst kommt auf uns zu, wie sind die Regeln? Wir brauchen eine Entfristung bei den Krankentagen. Wenn Kinder krank sind und zu Hause bleiben müssen und nicht zur Kita gehen können, dann muss diese Befristung, die wir haben, von 10 beziehungsweise 20 Tagen pro Jahr, solange diese Corona-Krise anhält, wegfallen, ausgesetzt werden. Das ist eine Forderung, die wir gestellt haben, auf die die Bundesregierung leider nicht angegangen ist. Genauso wenig ist sie eingegangen auf unsere Forderung, dass wir, wenn Eltern im Homeoffice arbeiten können, es nicht quasi als Ersatz gesehen wird für die Lohnvorzahlung sozusagen. Wir haben hier jede absurde Situation, dass wenn Kinder nicht zur Kita gehen können oder zur Grundschule, weil sie geschlossen ist, und die Eltern Homeoffice machen könnten, dann die Regierung sagt, naja, also Homeoffice und beschulen und Kinder aufpassen, parallel, das läuft. Und das kann natürlich nicht sein. Auch da brauchen wir eine Entlastung der Familien. Wir brauchen klare Regeln, was das Thema Schulbetrieb angeht und Kitas. Und wir brauchen vor allem auch ein Kompetenzzentrum, ein Know-how-Zentrum, auf das eben auch Bundeswahl zugegriffen werden kann. Es kann auch mehrere geben, aber es kann nicht sein, dass jede Kommune und jeder Kita-Träger da alleine gelassen wird und sich quasi die Informationen, auch jedes kleine, ich nenne es jetzt mal kleine Gesundheitsamt, sich die Informationen selber beschaffen muss. Das Thema Digitalpakt und Digitalisierung ist leider eine Neverending Story. Wir haben seit anderthalb Jahren einen Digitalpakt. Bis jetzt sind die wenigsten Mittel abgeflossen. Da muss deutlich mehr an Vereinfachung und deutlich mehr an Tempo gemacht werden, damit wir so weit es geht digital machen können, wenn den Analog nicht möglich ist. Einen kurzen Satz dazu. Digital ist für uns kein Ersatz für einen normalen Betrieb, sondern er soll den ergänzen und verstärken in Normalzeiten. Aber in Krisenzeiten muss er mindestens mal da sein, um ein entsprechendes Niveau zu halten. Und was wir auch machen müssen, ist, wir müssen das Thema Vereinbarkeit und Familie und Beruf krisenfest machen. Auch das ist eine ganz wichtige Sache. Und das müssen wir schnellstmöglich tun, weil die Sommerferien sind bald vorbei. In dem Zusammenhang muss man eben vor Augen führen, wir reden von 10,6 Millionen erwerbstätigen Eltern. Und selbst wenn nur 20 oder 30 Prozent von denen nicht arbeiten können, weil sie eben auf Kinder arbeiten müssen, dann wird auch klar, was das für die gesamte Gesellschaft am Ende des Tages bedeutet. Und zum Thema Kinderarmut gab es ja auch ein, zwei Hinweise. Auch da ist ein ganz wichtiger Punkt, und da bringe ich jetzt sozusagen die Überleitung zu den grundsätzlichen längerfristigen Themen. Wir brauchen endlich eine Koordinierung sozusagen, eine Zusammenfassung der familienpolitischen Leistung rund ums Kind, was ganz klar den Fokus hat auf das Thema Bildung und Teilhabe und auf die Verbesserung der Chancen und der Perspektiven der Kinder. Da haben wir mit unserem Kanal Chancengeld entsprechend das Konzept auf den Weg gebracht. Wir werden da Details zu in einigen Wochen sozusagen veröffentlichen, wo wir sehr klar diesen Fokus legen auf das Thema Bildung und Teilhabe. Und jetzt komme ich noch zu den längerfristigen Sachen. Also das Thema Kinderarmut, da müssen wir eben ran, das habe ich gesagt. Das Thema Elterngeld, auch ein wesentlicher Punkt. Auch da müssen wir zusehen, dass wir das ausweiten und dass wir das auch krisenfest machen. Es kann beispielsweise nicht sein, dass wenn Eltern Insolvenzgeld beziehen müssen, weil die Firma in Schwierigkeiten geraten ist, dann das nicht anbezogen wird in die Berechnung des Elterngeldes. Das ist wieder eine deutliche Verschlechterung sozusagen von Familien. Auch das geht nicht. Und vor allem müssen wir, glaube ich, eine breite Diskussion darüber anregen und anstoßen, indem wir sagen, wie können wir Familieninfrastruktur im weitesten Sinne, also nicht nur Kitas und Schulen, sondern auch das ganze Thema, wie bekämpfen wir Kinderarmut, und wie kriegen wir bessere Partnerschaftlichkeit hin, wie kriegen wir das Thema Familienberatung, Familienstärkung, wie der das Gewicht bekommt, was das an sich braucht und was unsere Verfassung auch vorsieht. Das sind Dinge, die wir langfristig hinkriegen müssen. Und zum Thema der Digitalisierung noch einen letzten Satz. Wir müssen zusehen eigentlich, dass wir da einen Masterplan haben und innerhalb von kürzester Zeit, ein halbes Jahr, ein Jahr so weit sind, dass selbst wenn irgendeine andere Krise kommt, dass Corona vorbei sein sollte in Gänsefüßchen, dass wir dann einfach deutlich besser aufgestellt sind. Das vielleicht nur als kurzen Input. Ja, war ein kurzer, kurzer, vielen, vielen Dank, ein kurzer Input. Gleichzeitig sind jetzt unglaublich viele Bälle in der Luft, thematisch. Ja, es sind finanzielle Aspekte dabei, es sind infrastrukturelle, das ist auch ein Oberbegriff, da ist Digitalisierung drin, das geht Richtung Kindergärten, dann geht es um andere Aspekte. Und ich möchte einfach vielleicht eine letzte Frage oder eine erste an den Gregor Agilides noch einmal, wenn vielleicht die Top zwei oder drei Aspekte, auf die die Bundestagsfraktion der Freien Demokraten hinschaut, was ist das, wo Sie sagen würden, das ist wirklich das zentrale Thema, wo Sie zunächst anfangen würden. Kinderarmut ist sowieso ein drüber und darunter liegendes Thema. Das wird jetzt innerhalb von Corona auch noch mal deutlich, aber wird so schnell vielleicht nicht zu beseitigen sein. Was sind denn aber Dinge, die mittel- bis kurzfristig vielleicht möglichst wären? Also zuallererst brauchen wir einen, ich nenne es jetzt mal einen Elterngipfel und wir brauchen einen Elterngipfel, der breit angelegt ist, und ein Familiengipfel, wo aus verschiedensten Disziplinen die Fachleute dabei sind, aber wo auch Eltern dabei sind und mitbeteiligt werden. Auch das ist ja ein Vorwurf, der zu Recht im Raum steht, dass Eltern zu wenig Gehör finden, um eben all die Maßnahmen, die gelaufen sind, zu kritisch zu überprüfen und daraus zu lernen und zu sagen, was müssen wir besser machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der zweite ganz wichtige Punkt ist, ist, wir müssen natürlich die kurzfristigen Belastungen sozusagen, soweit es irgendwie geht, auffangen. Also deswegen das Thema Krankentage, deswegen das Thema Lohnersatzleistung sozusagen, wenn eben nicht eine Kinderbetreuung stattfinden kann. Das sind die kurzfristigen Entlastungen. Und dann kommen wir zu den kurzfristigen infrastrukturunterstützenden Maßnahmen. Und da müssen wir eben das Thema Kita und Schulbetrieb mit wirklich voller Kraft vorantreiben, dass das so schnell wie möglich, so weit wie möglich auch wieder funktioniert. Vielen Dank. Ja, das ist die Position der Freien Demokraten, die Top 3. Auf meine Frage hin, ich möchte Frau von zur Garten anfangen. Wenn Sie das hören, ist das ausreichend? Naja, ich würde da gerne mal so nach drei Grundprinzipien, diskutieren wollen. Das eine ist ja, wir haben ja, auch wenn das fast schon abgedroschen klingt, aber es gibt ja einen Dreiklang, aus dem sich die Förderung und Unterstützung von Familien zusammensetzen sollte. Das ist einmal Zeit, Geld, Infrastruktur. Und alle drei Dinge sind unter Corona-Krise nochmal, um das berühmte Brennglas dann nochmal zu benutzen, natürlich deutlich geworden, wo entsprechend die Schwachstellen liegen. Und das ist in allen drei Bereichen so. Das ist im Bereich der Zeitpolitik da, wo wir einfach noch nicht als Gesellschaft verstanden haben, dass Kinderbetreuung mehr ist, als die Kinder nur im Raum spielen zu lassen. Und nebenbei kann ja Frau und Mann, Eltern, nochmal eben ihrem Job nachgehen, eine Telefonkonferenz managen und vielleicht auch noch zwischendurch ein Essen kochen und die Beschulung der Kinder hinbekommen. Dass das einfach nicht geht und dass Eltern da an ihre Grenzen stoßen und sich zu Recht von der Politik alleingelassen fühlen, ist selbstverständlich. Wir reden seit Jahren darüber, dass es auch eine vernünftige Zeitpolitik braucht. Und die darf sich nicht nur darin erschöpfen, dass Behörden ihre Öffnungszeiten verändern, damit auch Eltern, die berufstätig sind, dann im Anschluss daran noch Behördengänge erledigen können. Sie muss sich auch in einer vernünftigen Arbeitszeitgestaltung, die eben beides wirklich möglich macht, niederschlagen. Das ist der eine Punkt. Und ich glaube, da haben wir in den vergangenen Jahren einfach viel zu wenig gemacht. Wir hatten das Thema mal eine Zeit lang gehypt, als der achte Familienbericht in diese Richtung argumentiert hat. Und dann war es wieder von der Agenda verschwunden. Der zweite Bereich ist die ganze finanzielle oder monetäre Unterstützung von Familien. Und da muss man sich das ganze Spektrum angucken. Ich sehe im Moment nichts und auch bei den Freien Demokraten keinerlei Initiative, die sich wirklich mit dem Thema Kinderarmut, gerade die prekäre Einkommenssituation von Familien im SGB-2-Leistungsbezug wirklich hinreichend anschaut. An dieser Stelle hat die Politik echt langgezogen in der Vergangenheit. Da muss man noch mal hinschauen. Man muss aber auch hinschauen, wie man Eltern entlastet, die aufgrund von Corona ihre Betreuungssituation eben zu Hause haben und hier eben nicht beide Seiten leisten können. Wir dürfen auch nicht vergessen, es geht nicht nur allein um die Frage, ob Familien jetzt oder ob Eltern jetzt Homeoffice machen können. Es gibt genügend Berufe, da ist Homeoffice einfach faktisch nicht möglich. Sie können nicht mal zu Hause an der Aldi-Kasse sitzen. Sie können nicht von zu Hause im Krankenhaus arbeiten. Selbst wenn das die berühmten systemrelevanten Berufe sind, es gibt darüber hinaus auch noch zahlreiche Berufe, wo das nicht möglich ist. Ja, das ist das, was in der Mitte sozusagen steht. Und da muss man sich genau anschauen, wie kann man hier familienpolitische Leistungen so ausgestalten, dass sie eben auch krisenfest sind. Für mich käme da in erster Linie eine Kindergrundsicherung infrage, wo man zumindest monetär Familien entsprechend absichern kann, auch für solche Zeiten, flankiert mit anderen Maßnahmen, die genau Familien unterstützen, wenn eben Betreuungssituationen sind, so wie sie sind. Und der dritte Bereich ist die ganze Infrastruktur. Und da haben wir dann Schule, da haben wir Kita, da haben wir die Frage der Digitalisierung, da haben wir die Frage, wie kriegen wir eine Öffnung wieder hin in den Einrichtungen? Wie können wir unter Corona, unter Abstands- und Hygieneregeln so etwas wie einen Normalbetrieb wieder in unseren Einrichtungen etablieren? Aber da sind auch andere Fragen bei. Wie kriegen wir zum Beispiel in den Einrichtungen eine bessere Qualität hin, der Betreuungsleistung, die dort erbracht wird? Wie arbeiten wir mit Familien besser zusammen? Ich glaube, für viele Familien, mit denen ich gesprochen habe, war es auch ganz schwierig, dass die Kommunikation in Corona zwischen Schule oder Kita und Eltern abbrach. Von jetzt auf nachher war kaum noch eine Kommunikation gegeben und Eltern haben sich vielfach mit der Situation, Kinder zu betreuen oder sie gar zu beschulen, in unterschiedlichen Qualitäten auch noch vollkommen allein geführt. Und daran müssen wir arbeiten. Also wir müssen uns wirklich jeden einzelnen Bereich sehr vertieft anschauen. Ja, ja, also das vielen Dank. Ich denke, auch ein Aspekt, den möchte ich aufgreifen, ist der Qualitätsaspekt. Es fließt sehr, sehr viel Geld. Man hat den Eindruck, aber da geht es darum, dass man das Thema der Beitragsfreiheit damit kompensiert. Aber eigentlich die Qualität nicht in die Ausbildung, vielleicht sogar der Lehrkräfte oder in dem Fall jetzt in die Neueinstellung geht, um die abzupuffern, was einfach an Arbeit da ist. Es fehlen, glaube ich, fast eine Million Experten in dem Bereich. Also das ist eine hohe Belastung. Ich will nur mal das Thema da stehen lassen. Wenn es jetzt keine ganz akute Gegenstellungnahme von Herrn Agilides gibt, dann würde ich einfach die Diskussion eröffnen und andere Beiträge gerne von Ihnen einsammeln, bevor ich dann vielleicht die Ersten aus dem Netz, auch die Ersten kommen rein, vorlese, vielleicht aus Sicht der Teilnehmenden. Ich hätte gerne noch einen Punkt ergänzen zu diesem Thema Vereinbarkeit von Homeoffice und Kinderbetreuung. Ich fände es in der Kommunikation unglaublich wichtig, dass es einfach mal ganz klar gesagt wird, dass das nicht machbar ist. Das ist genauso, wie wir das jetzt schon mehrmals gehört haben. Das geht nicht. Und momentan führt es dazu, dass alle Eltern denken, sie kriegen es irgendwie nicht hin, sie sind unfähig oder versuchen sich die ganze Zeit zu entschuldigen oder nachts zu arbeiten. Die Kinder kriegen das mit. Also ich glaube, es würde kommunikativ schon sehr, sehr helfen, wenn man einfach mal ganz klar sagt, es geht nicht. Und wir versuchen alle zusammen eine vernünftige Lösung zu finden. Und der zweite Punkt zu diesem Thema, was kurzfristig helfen würde, ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt für alle Eltern mit kleinen Kindern. Eine einheitliche Definition von Krankheitssymptomen bei Kindern. Aktuell ist es so, dass Kleinkinder mit einer laufenden Nase nicht in die Krippen gehen dürfen oder in den Kindergarten gehen dürfen. Und aus meiner Erfahrung als Mutter von zwei kleinen Töchtern kann ich nur sagen, denen läuft andauernd die Nase, weil die Zähnchen liegen, weil die Sonnenkreme in die Augen gekommen sind. Ich weiß nicht, warum. Also es gibt tausend Gründe, warum Kindern die Nase läuft und sie trotzdem nicht krank sind. Also ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, der bis zum Herbst, am liebsten bis nächste Woche geklärt ist, damit da nicht nur ein Drittel der Kinder in den Einrichtungen sein kann. Ja, es ist eine große Sorge und eine Angst, da etwas Falsches zu machen. Und da überwiegt derzeit ein Zögerliches. Es ist auch nachvollziehbar, aber es ist im Moment scheint Corona, ich sage nicht, eine Ausrede zu sein, weil ich glaube, die meisten sind bemüht, alles zu geben und wieder in diese sogenannte, wie auch immer genannte Normalität zurückzukommen und dass es wieder läuft. Aber man sieht schon, dass Corona dominiert immer noch so sehr, dass die kleinsten Symptome wie eine Nase laufen, mittlerweile also schon zu Überreaktionen führen. Aber vielleicht ist das etwas, was über die Zeit dann auch kommen wird. Die erste Frage, die hier aus dem, pardon, Gregor, Agilität. Ich würde gerne einen Halbsatz zumindest zu den beiden Damen sagen. Also zum einen, Frau Wenzel, Sie haben absolut recht, deswegen ist es ja so wichtig zu sagen, in dem Augenblick, wo das Kind nicht betreut werden kann, gibt es eine Lohnersatzleistung. Und zwar völlig losgelöst davon, ob Homeoffice möglich ist oder nicht. Dass da die Familienministerin und da die Bundesregierung diesen Weg nicht gehen, das ist genau dieses fehlende Signal, von dem wir sprechen und was wir fordern. Und Ihnen, Frau von Zurgraten, wollte ich nur sagen, Sie haben absolut recht mit Ihren Punkten. Ich möchte Sie nur darauf hinweisen, dass wir die Situation, von der Sie gesprochen haben mit den Kindern im SGB-Bereich, dass wir genau die im Blick haben. Und wenn Sie noch anderthalb, zwei Wochen warten, dann werden Sie es feststellen. Aber gehen Sie davon aus, das haben wir sehr genau, gerade mit dem Thema Bildung und Teilhaber im Blick. Das ist nur so kurz. Darf ich noch mal einhaken an der Stelle? Ja, klar, bitte. Darf ich da noch mal einhaken? Gerade, weil Sie ja gerade angesprochen haben, Herr Kochmann, dass viel Geld da ist und das Geld verteilt ist. Und da Sie über die Lohnfortzahlungen gesprochen haben, Herr Akilidis, Sie wissen ja, wir sind in sehr vielen Dingen uns sehr einig, an dem einen nicht so. Denn ich denke mal, meine Situation zeigt jetzt im Brennglas, was passiert, wenn Schulen einfach als Pandemie-Joker benutzt werden und als erstes wieder zu- und als letztes wieder aufgemacht werden. Denn ich habe dann ein Team, ein gesamtes Team, das nicht arbeiten kann. Also da bringen die Lohnfortzahlungen dann nichts, weil dann geht mein Unternehmen pleite und dann haben die Damen auch keinen Arbeitsplatz mehr. Deswegen, also mir wäre es eigentlich wichtig, dass wir darüber sprechen, was für eine Rolle Bildungseinrichtungen haben. Denn man sieht in anderen Ländern wie Frankreich, Dänemark, Frankreich war viel schlimmer betroffen, hatte einen viel härteren Lockdown, haben viel früher wieder aufgemacht. Also ich denke mal, es geht mir auch um was anderes, dass man wirklich darüber sprechen muss. Schulen und Kitas sind systemrelevant. Denn meist sind wir Eltern schlechte Aushilfslehrer, aber gute Arbeitskräfte. Und auch wenn wir Geld bekommen, wir kriegen ja eigentlich im Grunde so eine Art Corona-Herdprämie, um zu Hause zu bleiben. Und es sind die Mütter meistens, sich um die Kinder zu kümmern. Und das kann keine Dauerlösung sein. Das ist jetzt ein halbes Jahr vergangen in Bayern. Und Herr Söder hat am Wochenende wieder gesagt, er ist sich jetzt nicht so sicher, weil alle am Waldemann feiern, ob denn das jetzt was wird mit der Öffnung der Schulen. Und ich habe einen Artikel geschrieben darüber, den 50.000 Leute gelesen haben, trägt sehr viele Zuschriften. Und die Mütter sind verzweifelt einfach. Und die sagen, oh mein Gott, was mache ich denn? Es gibt keine Aussicht auf Besserung. Und auf der Ebene, finde ich, müsste man auch sehr dringend, sehr schnell eine Lösung finden, nochmal zu sprechen. Was für eine Rolle haben denn Schulen und Kitas eigentlich in der Gesellschaft? Frau von Zuckassen. Ich würde da gerne noch einen Aspekt hinzufügen, den wir bisher in der Diskussion noch nicht drin hatten. Auch die Kinder haben ein Recht darauf. Auf Bildung und Teilhabe zu erfahren. Also wir reden jetzt viel über Vereinbarkeitsfragen, aber wir reden weniger oder bisher gar nicht über die Frage von Kinderrechten. Die natürlich auch bedeuten, dass Kinder Teilhabe erfahren können, dass sie mit Gleichaltrigen zusammentreffen können, dass sie auch ein Recht auf Beschulung haben letztendlich. Und auch darüber müssen wir uns Gedanken machen, dass zum Beispiel auch Corona nicht dazu genutzt wird, um zum Beispiel Rechte von Mitbestimmung, von Partizipation bei Kindern wieder zurückzunehmen, weil man ja in Corona gerade dafür Sorge tragen kann, dass jetzt Teilgruppen immer eingeschränkt oder eben in Teilbereichen nur beschult werden. Auch da müssen wir ganz genau hinschauen. Das trifft auch auf die Kleineren zu, die oftmals, wenn sie monatelang zu Hause waren, Schwierigkeiten haben, wieder in die Kita zurückzukommen und hier auch gar nicht mehr die Eingewöhnung erfahren können, die sie im ersten Besuch der Kitas bekommen haben. Weil das ja in Corona mit Abstandsregelungen, mit Hygienemaßnahmen gar nicht möglich ist, dass die Eltern jetzt alle über bestimmte Zeiträume in den Kitas mit anwesend sind. Also da sind ganz viele Gemengelagen, auf die wir blicken müssen. Und die Kinder sollten wir stärker, die Kinder und Jugendlichen, auch die Jugendlichen stärker in den Blick nehmen. Ja, vielleicht, danke Frau von Zurgarten. Möchte Frau Rösler? Ja, natürlich. Bitte, wollte ich gerade zu Wort bringen. Ich wollte mit unserem besonderen Aspekt auch noch was sagen. Also natürlich stimmen wir alles zu, was wir uns vor unserem Vorredner gesagt haben. Geld ist wichtig, Entschädigungen sind wichtig, alles ist wichtig. Aber wir haben gesamt gesehen, in Deutschland schon einen sehr großen Anteil von Kindern mit Migrationshintergrund in den Schulen, in den Gärten. Also bei uns in Berlin sind das in den Schulen im Zentrum in Mitte manchmal 90 Prozent. Und ich sage es ja eins, also mir graust es jetzt, wenn unser Senat jetzt sagt, nach den Ferien machen wir jetzt nicht wieder auf. Weil Entschädigungen, Armut, Bekämpfung, alles gut. Aber Eltern, das ist auch wichtig. Aber diesen Kindern ersetzt niemand einen lebendigen Unterricht mit einem Lehrer. Also meine Tochter hat sozusagen in der ersten Klasse ihr Alphabetisierung abgebrochen in der Hälfte. Also sie hat nicht nur Alphabetisiert, aber mit Migrationshintergrund würden sie dieses Prozents abschließen. Und Schule und Kindergarten sind die wichtigsten Integrationsvehikel, also die Benachteiligung mit Migrationshintergrund daraus auswählen, dass ihre Eltern, wenn sie entstehen, wenn sie nicht im Sinn sind, aber zu Hause, sie befuhlen. Diese Benachteiligung, vielleicht zu den vielleicht deutschen Eltern oder Eltern aus höheren Bildungen, auch im Migranten- und Migrationshintergrund, die wird dann diese Benachteiligungsschere sozusagen, also Bildungsschere zwischen einem Kind und anderen Kindern noch größer machen. Also deswegen wäre, und wir in, genauso wie Sie in Bayern, haben wir in Berlin in unserer Schule keine einzelnen Stunden der Fernunterricht erlebt. Also das waren immer Zettel, auf denen Aufgaben geschrieben worden sind. Ich habe auf meinem Computer, ich glaube schon zehn verschiedene Programme, die dann halt online, wo meine Kinder irgendwelche Online-Übungen machen konnten, aber das ersetzt natürlich nicht das Konzept des Online-Unterrichts. Und das ist ja okay. Man sagt ja, ich brauche dieses Konzept jetzt. Also das kenne ich aus meinem Heimatland Russland. Das wird halt Lehrer mit Kindern, also wirklich den ganzen Tag. Das ist wahrscheinlich krass, aber wenigstens zwei Stunden pro Tag oder drei würde ja auch nicht schaden. Das haben wir keine einzige Stunde erlebt. Und das ist die Zahlung. Akustisch ist es leider gerade ganz, ganz schlecht. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Ich kann jetzt die letzten Sätze kaum noch von verstehen von Frau Rössler. Es tut mir so leid, weil jetzt bei null können wir nicht nochmal anfangen. Bei mir blieb jetzt hängen, dass es auch um Präsenz geht, dass das Online-Format unzureichend ist, beziehungsweise nicht nur nicht genutzt wird, sondern einfach auch von den Lehrern und von den Schulen zu unreichend angeboten wurde. Das kam jetzt gerade rüber von Frau Rössler. Vielen, vielen Dank. Ich möchte mal mit zwei Fragen, die jetzt aus dem Publikum kommen, den Publikumsfragen ein bisschen reingehen. Eine geht an den Herrn Agilides mit dem Stichwort, Was tun Sie für Familien und Elternteile, die dauerhaft oder längerfristig jetzt zu Hause bleiben wollen bei den Kindern? Wie sieht hier die staatliche Förderung aus, damit diese Wahlfreiheit für Familien bleibt? Diese Frage habe ich gerade bekommen. Also, was tun für Familien, die Elternteile zumindest beschlossen haben, längerfristig zu Hause zu bleiben? Also da müssen wir gucken. Wir haben ja einmal das Elterngeld. Da habe ich ja gesagt, das müssen wir ausweiten, flexibilisieren, übrigens auch vereinfachen, weil viel zu viele Behördengänge von Eltern gemacht werden müssen. Da müssen Dinge mal zigmal beantragt werden. Das muss auch alles sozusagen automatisch laufen. Dann haben Eltern auch mehr Zeit. Einmal das Thema Elterngeld. Zum anderen aber auch wollen wir das Thema Kinderschancegeld als wirklich einmal eine gute Absicherung für die Kinder, was das Materielle angeht und vor allem auch ein sehr gutes Umfeld für das Thema Bildung und Teilhabe ermöglichen. Das sind sozusagen die beiden Hauptblöcke und alles andere muss man dann im Detail sehen. Also, sonst würden wir zu sehr Richtung dieser Thematik gehen. Aber dieses Thema Elterngeld, Elternzeit, das Thema dann der Kindergrundsicherung, so wie wir sie verstehen, als Kinderchancengeld. Und das ist mir schlauweise gerade bei diesen zwei Sätzen der dritte Punkt entfallen. Aber von daher, da komme ich nachher noch mal ganz kurz drauf. Ich würde noch eine Sache kurz sagen. Ja, es ist absolut prioritär, Frau Alefi und die anderen, die es gesagt haben, dass wir da einen Normalbetrieb hinkriegen. Wir müssen aber die anderen Punkte so regeln, dass wenn eben aus welchen Gründen auch immer dieser Normalbetrieb dann nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dass dann nicht die Eltern sich wieder Sorgen machen müssen. Ja, also wir brauchen dieses Backup. Und dass die Prio logischerweise auch das Funktionieren der Infraschutz und der Kitas sein muss und der Schulen, keine Frage. Und lassen Sie mich noch einen Gedanken zu den Kindern dazu erwähnen. Das ist ja für die eigentlich sozusagen noch potenziert, der Nachteil. Weil es entfällt ja nicht nur, nur in Gänsefüßchen bitte, Kita oder Schule. Es entfällt ja all das andere, was sozusagen drumherum das Soziale gemacht hat. Also auch das Thema, wo und wie oft und in wie vielen Kindern kann man einfach draußen spielen. Das ganze Thema, wie viele Kinder können eben nicht mehr in ihren Verein, in ihre Musikschule, eben das erleben, was sie vorher erlebt haben. Auch da passiert ja unglaublich vieles, was im weitesten Sinne des Wortes das Kind bildet und formt und stärkt. Also auch da müssen wir hinkommen. Deswegen sage ich also, dieses generelle Klima und die Infrastruktur und die Familie muss deutlich besser werden. Ja, Punkt. Frau Lutz, ich sehe Sie, ein Handzeichen. Versuchen. Ja, genau. Ich würde gerne an dem Punkt der Wahlfreiheit nochmal einhaken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es in der Frage so gemeint war. Aber was mir dabei einfällt, ist nochmal eine Gruppe, über die auch viel zu wenig geredet wird. Und zwar Personen aus der Risikogruppe. Also wenn Eltern oder Kinder eben Vorerkrankungen haben und einfach Angst haben, ihr Kind wieder in die Kinderbetreuung zu schicken, für die muss halt auch irgendeine Form von Lösung her. Ja, das löst natürlich nicht Ihr Problem, Frau Alifi, denn wenn das jetzt Ihre Arbeitnehmerinnen sind, das sehe ich schon auch als Problem. Ja, das sehe ich auch so. Genau, aber wenn es Eltern gibt, die jetzt ihre Kinder aus diesen gesundheitlichen Überlegungen nicht in die Kita schicken möchten, obwohl die jetzt wieder geöffnet sind, muss man das in irgendeiner Form berücksichtigen. Und die Lohnfortzahlung zum Beispiel berücksichtigt das nicht. Und da sehe ich überhaupt keine Diskussion zu. Also ich finde, das ist ein Punkt, über den man auch nochmal nachdenken müsste. Ich habe da jetzt keine gute Lösung, aber da müsste es zumindest irgendwie die Möglichkeit geben, dass da Eltern irgendwie aufgefangen sind. Zumindest solange die Studienlage noch nicht eindeutig genug ist, dass wirklich alle überzeugt sind, dass es keine Gefahr besteht. Ja, ich sehe das ähnlich. Und wenn ich kurz darauf eingehen darf, ich habe gesehen, es gibt auch einen Kommentar zu meiner Aussage zur Lohnfortzahlung. Ich möchte das nur gerade, da werde ich gefragt, warum ich so populistisch bin. Und das wäre keine Herdprämie, Corona-Herdprämie. Also ich möchte dazu auch sagen, es geht mir jetzt nicht nur darum, die Mütter, die einfach arbeiten wollen. Ja, da geht es auch wieder um die Wahlfreiheit. Es ist, ich finde, Mütter, die arbeiten möchten, sollen auch arbeiten dürfen. Darum geht es einfach. Und ich habe ein bisschen Sorge, es gab ja schon eine Prämie für Familien, jetzt geht es um die Lohnfortzahlung, ist auch bewusst, dass das bestimmt im ersten Moment Familien helfen kann. Aber ich habe ein bisschen Sorge, das ist so ein bisschen wie mit Umweltschutz. Dass ich sage, ich zahle einfach eine Strafe oder ich zahle eine Prämie und dann ist die Umwelt aber am Ende trotzdem verschmutzt und alle fühlen sich besser. Und deswegen wäre es mir wichtig, dass das Thema einfach in der Politik darauf bleibt, dass eben Lösungen gefunden werden müssen für Risikogruppen. Dass die Digitalisierung vorangetrieben wird und eher das Geld da reingesteckt wird, damit Kinder wirklich digital auch unterrichtet werden können. Aber gleichzeitig auch, dass unsere Kinder zuverlässig wieder in die Schule gehen können. Weil es geht nicht nur um die arbeitenden Mütter, es geht eben auch, ich habe leider ein paar technische Probleme gehabt und habe vielleicht auch nicht alles verstanden. Aber es geht mir auch um die Kinder. Also, dass die im Grunde, das Problem ist mit der aktuellen Regelung, die dürfen ja keinen Schnupfen durchmachen. Wenn die niesen müssen, dürfen die nicht in die Einrichtung. Jetzt versuchen alle natürlich, Infekte zu vermeiden. Man weiß aber, dass kleine Kinder müssen bis zu 14 Infekte durchmachen im Grunde, um als Erwachsene ein funktionierendes Immunsystem zu haben. Dann gibt es eben ein Studium auch von der Uni Ertendorf, dass die Kinder eben zu 70 Prozent der Kinder stark belastet sind. Viele Kinder essen mehr, bewegen sich weniger. Also, Gesundheitsschutz für unsere Kinder ist es nicht. Die werden kränker. Und gerade die benachteiligten Kinder. Also, da haben es meine wahrscheinlich noch, sind privilegiert. Und dann haben wir im Grunde, wenn man es jetzt mal überspitzt, am Ende eine Corona-Generation, wenn es so weitergeht, die ungebildet sind, krank sind, psychisch belastet, aber die Milliarden abarbeiten müssen, die wir gerade aufbauen, auch an Schulden. Deswegen, ich finde, mir geht es nur darum, dass man über die kurzfristigen Hilfen nicht vergessen darf, dass das eigentliche Ziel sein muss, dass Kitas und Grundschulen systemrelevant sind und als letztes zugemacht werden und als erstes aufgemacht. Und das passiert gerade nicht. Bei den langfristigen Problemen würde ich gerne auch noch mal einhaken. ich meine, natürlich, die langfristigen Probleme für die Kinder haben Sie ja geschildert. Das ist sicherlich ganz dramatisch. Oder wenn wir nicht aufpassen, kann das sehr dramatisch werden. Aber auch für die Eltern gibt es ja langfristige Folgen, die vielen Eltern, glaube ich, auch noch nicht bewusst sind. Also nicht nur, wenn ich jetzt versucht habe, irgendwie Homeoffice und Kinderbetreuung zu vereinbaren oder auch, wie es andere gemacht haben, in Schicht möglichst früh anfangen oder ganz spät in die Nacht zu arbeiten. Das kann man ja auch eine Weile machen. Das wird langfristig sicherlich auch gesundheitliche Folgen mit sich bringen, wenn das jetzt im Herbst so weitergeht. Aber das wird halt auch Folgen haben für das Einkommen. Also viele Eltern haben eben auch Angst, wenn es jetzt wirtschaftlich nicht so gut läuft, bin ich denn die erste Person, die gehen muss. Auch wenn es vielleicht im Kündigungsschutz anders abgedeckt ist. Aber auf jeden Fall ist diese Angst da. Was passiert mit Beförderung? Wer in der Firma wird befördert? Ist das die Mutter, die jetzt irgendwie ständig ihr Kind krank nimmt? Oder ist es der alleinstehende Mann, der jetzt nicht ständig macht? Nee, keiner stellt mir die Mütter ein. Die Mütter werden nicht mehr eingestellt. Genau, für Arbeitslose. Personen, die sowieso, genau, das ist ja sowieso schon ein Problem, Mütterdiskriminierung am Arbeitsmarkt. Das wird sich sicherlich verstärken. Das wird sich langfristig im Einkommen auswirken und das wird sich langfristig eben auch in der Rente auswirken. Also ich finde, das ist was, worüber politisch dann auch wieder bisher nicht gesprochen wurde. Selbst wenn man das jetzt kurzfristig irgendwie wuppen kann. Also was hat das für langfristige Folgen, auch finanziell und auch wirtschaftlich? Ja, und wenn man noch weiter denkt, nur noch einen Punkt dazu. Wir haben ja jetzt über die letzten fünf Jahre mühsam im Grunde die Geburtenrate wurden ja über Maßnahmen wieder auf 1,6 hoch, ging hoch in Deutschland. Bestandserhalt wäre 2,1, dann wäre eh weit weg. Aber viele junge Frauen werden sich jetzt überlegen, nee, da kriege ich jetzt kein Kind, weil ich muss mich dann zwischen Karriere und Kind entscheiden. Und wer bezahlt dann die Renten der Risikogruppe, die Intensivbetten? Also die Mütter, ich glaube, das ist noch nicht angekommen bei einigen in der Politik, dass Mütter auch wirklich wichtig sind als Arbeitskraft auch in der Politik. Und die Kinder sind die Zukunft. Und wenn es keine Kinder gibt, ja, dann haben wir eh ein Problem. Deswegen glaube ich, denkt die Politik auch kurzfristig, wenn sie sagt, es hat einen geringen, da stehen wir nicht die Lobby auf den Füßen, es hat einen geringen wirtschaftlichen Schaden, wenn wir schnell die Schulen zumachen. Ja, Frau Wenzel, Frau Wenzel, Sie wollten zu Wort. Ja, also ich wollte nur noch ergänzen, dass das, glaube ich, nicht nur eine Verantwortung der Politik ist, sondern wirklich auch eine wirtschaftliche Verantwortung. Und da sind Sie, Frau Leti, sicherlich eine Ausnahme. Aber ich finde, dass Unternehmen einfach auch eine Verantwortung haben als Arbeitgeber und das mitdenken müssen und einfach auch weiterdenken müssen, dass es darum geht, den Kampf um Talente auch langfristig bestehen zu können und eben ihrer Verantwortung da nachzukommen. Und das ist nicht nur eine Verantwortung von Politik, finde ich. Ich finde, aber wir sind jetzt ein bisschen schnell über diese gleichstellungspolitische Komponente hinweggegangen, dass es Frauen sind in erster Linie, die adressiert werden, jetzt auch zu Hause zu bleiben und sich um die Kinderbetreuung zu kümmern. Das hat ja auch einen Hintergrund, warum das so ist. Bei aller Talente-Diskussion hin und her. Es ist nämlich oftmals doch noch so der Fall, dass der Mann mehr verdient als die Frau und dass die Entscheidung dann, wer gegebenenfalls zu Hause bleibt, wer sich dann um die Kinder kümmert oder ins Homeoffice geht, ganz schnell wieder den Müttern zugespielt wird. Und damit sich natürlich die Folgen, die damit verknüpft sind, rentenpolitische Folgen, aber eben auch Absicherungsfolgen im Falle von Arbeitslosigkeit etc. pp. den Frauen übergeholfen werden. Und auch da müssen wir nochmal ganz kritischen Blick, finde ich, auf diese Gleichstellungspolitik-Komponente nehmen. Also ich finde, das hat auch wie ein Brennglas, hat nochmal die Krise ein paar Probleme gezeigt. Also dass es in den Schulen zum Beispiel Probleme gibt und auch dass es da Probleme gibt, weil in Deutschland ist es nun mal noch so, dass Frauen für den gleichen Job weniger verdienen und meistens in Teilzeit gehen und die Männer Vollzeit arbeiten. Das passiert in der Krise. Der Papa hat Angst, dass er seinen Job verliert, arbeitet doppelt so viel und die Frau steckt zurück und kümmert sich um die Kinder, dass die betreut sind. Und da werden wir auch, machen wir wirklich eine Rolle rückwärts in der Manzipation und das wird wahrscheinlich beim Alleinverdiener landen. Wo würden Sie ansetzen? Frau Alifi, wo würden Sie ansetzen? Ganz konkret, das ist ein Thema, das ist weit vor Corona schon da gewesen. Meine Befürchtung, es bleibt. Wo würden Sie ansetzen? Ja, Ehegatten-Splitting ist natürlich ein Problem. Also rein steuerlich ist es ja gewollt von der Politik, dass Frauen zu Hause bleiben. Und es war auch vor Corona schwierig mit der Betreuung. Also mein Anstrengung, ich weiß nicht, alle, die Kinder haben, kennen das wahrscheinlich, also drei Kinder in Betreuung zu bekommen, in eine ordentliche Betreuung, die auch eine gute Qualität hat, wo nicht eine Erzieherin sitzt und gleichzeitig Kartoffeln schält, weil alle wieder fehlen, ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist wie ein zweiter Vollzeitjob eigentlich im Grunde. Also und es muss sich natürlich, und ich denke mal, wenn die Politik das wirklich möchte, dass Frauen, also man sieht es ja in Frankreich, ja, da arbeiten die Frauen, die arbeiten, da arbeitet, glaube ich, die Hälfte der Frauen in Vollzeit in Deutschland, ist, glaube ich, nur ein Drittel. Also es ist einfach nicht wirklich gewollt, glaube ich. Die Politik hängt im Grunde den jungen, modernen Frauen dahinter her. Und wenn man die Möglichkeiten schafft und auch die Arbeitgeber, das sehe ich ganz genauso, Frau Wenzel. Also ich habe wirklich ein Dream-Team, weil wir sind ein virtuelles Team und wenn die in der Nacht arbeiten wollen oder am Wochenende, weil das mit dem Kind nicht anders ging, ist überhaupt kein Problem für mich. Das Ergebnis zählt. Und da sind viele Arbeitgeber auch unkreativ, muss ich wirklich sagen. Also ich glaube, Politik und Wirtschaft muss da einfach noch Grundlagen schaffen, damit wir Frauen da weiterkommen. So, da sitzt die Politik, die möchte sich zu Wort melden. Agilides. Genau, ja, herzlichen Dank. Ja, das ist übrigens, das ist ein Kernpunkt, nämlich, wie kriegen wir das hin, dass wir eine bessere Partnerschaftlichkeit, das hatte ich vorhin, glaube ich, auch gesagt, und eine bessere, ja, Gleichberechtigung kann man, Gleichberechtigung ist das falsche Wort, aber dass es wirklich eine gleiche, also gleiche Chancen gibt und eine gleiche, von der gleichen, was sagen wir immer, also wir haben die Haltung selbstbestimmt in einer Lebenslage und das gilt für Frauen wie für Männer und deswegen ist es ja so unglaublich wichtig, an dieser Haltungsthematik zu gehen und nicht nur mit Geld zu winken, ich sage es mal so. Und da müssen wir eben auch darüber sprechen, wenn wir sagen, ja, da müssen quasi, damit Frauen, also wenn wir jetzt über Familie reden, jetzt mal das klassische, klassische Gänsefüßchen-Modell, Frau, Mann, also wenn Frau dann sozusagen mehr machen soll und das ist ja kein Thema, dann müssen wir darüber sprechen, wie wir Väter genau in diese Situation bringen oder empowern, genau das zu machen. Übrigens, bei mir war die Situation so, dass ich dann immer zu Hause geblieben bin, aber Scherz, also das nur am Rande, auch wenn mein Job etwas besser bezahlt war. Ich glaube, wir müssen auch dazu hinweisen oder zu Lösungen finden, Frau Liffi, ich glaube, dass wir beispielsweise diese Abschaffung verschiedener Steuerklassen, ich nenne das jetzt mal so, also mit drei und fünf, also ich kann bei dem Deutschen Steuerzimmer ein bisschen durcheinander, drei und fünf, das ist natürlich völliger Quatsch. Bei dem Thema der Splitting-Tabelle, muss ich Ihnen ehrlich sagen, bin ich ein bisschen vorsichtig. Ich habe nach 35 Jahren Berufserfahrung die Erfahrung gemacht, Politik nutzt sowas als Chance, um mehr Steuern zu generieren. Ja, und ich möchte, wenn dann zwei Menschen sich zusammentun, egal welchen Geschlechts, und der eine ist früher mit der Ausbildung fertig und dann wird beide, kann dann aber dafür nicht so lange arbeiten und dann macht es der andere, dass es da aufgefangen wird, das finde ich absolut okay, das ist aus meiner Sicht ein Kernthema der Partnerschaftlichkeit. Wir müssen aber auch dahin kommen, dass wenn ein Partner oder eine Partnerin zurücksteckt während dieser Zeit, dass dann es wirklich einen vollen Ausgleich innerhalb der Partnerschaftlichkeit gibt. auch bei dem Thema dann der späteren, ich nenne es jetzt mal Rentenansprüche und Pensionsansprüche. Ja, und dann weiß jeder ganz genau, es ist immer durch zwei. Ja, dann sind wir nämlich auf einer, also das stärkt aus meiner Sicht das Thema gemeinsame Verantwortung und dass man in einem Boot sitzt. Und dann finde ich, sollen die Menschen selbstbestimmt das machen, was sie für sich für richtig halten. Und ich glaube, wir kommen dann richtig weit, wenn wir tatsächlich eine Debatte darüber führen, und das war, das ist mir wirklich ein wichtiges Anliegen, wie empowern wir die Väter und zwar jetzt nicht im Sinne von können die das, sondern im Sinne von diese gesellschaftlichen Hürden, von denen sie gesprochen haben, auch bei vielen Arbeitgebern, nicht bei allen, aber bei vielen, nämlich, dass wenn Männer dann sagen, hey, ich möchte aber mehr Zeit mit meiner Familie verbringen, ich möchte mich da mehr einbringen, ich möchte das, ich möchte die Verantwortung auch mindestens zu 50 Prozent übernehmen, ja, dass denen der Rücken gestärkt wird von der, also nicht nur von ihrer Partnerin, das ist ja toll, sondern eben auch von von der Gesellschaft und dem, was sozusagen wir als Politik zur Verfügung stellen, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Da möchte ich kurz reingehen, damit es nicht zur Floskel wird, das ist immer die Gefahr bei Begriffen, empowern, wie empowern sie Männer? Was ist, was kann Politik denn tun für Männer-Empowerment? Also zum einen müssen wir hinkommen, das, was ich gesagt habe, also dieses Thema der Steuerklassen, das Thema, dass wir, wir, wir teilen sozusagen wirklich Ansprüche, also das Thema der Ansprüche, also wenn ich jetzt sage, ich bleibe als Mann zu Hause und meine Frau arbeitet Vollzeit, dann teilen wir irgendwann die kompletten Rentenansprüche für die Zeit, ja, und dann weiß ich, okay, oder ich mache nur 50 Prozent und sie 100, oder 110, so, wie auch immer, und dann kommen wir wirklich zu dem Punkt, wenn wir über Elterngeld reden, über Partnerschaftsmonate reden, dass wir sagen, das muss ausgewaltigt werden, das muss flexibilisiert werden und wir müssen, und da führt kein Weg dran vorbei, wenn wir jetzt sagen, 50 Prozent der Wirtschaft ist Psychologie, dann ist auch 50 Prozent von Gesellschaften mindestens Psychologie und nicht nur Gesetze und wir müssen wirklich eine große Debatte darüber führen, was bedeutet das, was bedeutet eine moderne, sagst du mal, Familie, ein Familienbild und da gehört das aus meiner Sicht rein, dass Vater in dieser Familienrolle, wenn ich das so sagen darf, genauso in der Verantwortung steht und genauso wertvoll ist und genauso in der Pflicht steht wie Mutter, also um das jetzt mal sehr, also ohne diese Haltungsthematik, nur mit Gesetzen kommen wir nicht weiter, das sind zwei Seiten, die kommt hinterher. Aber es spielt zusammen, es spielt zusammen, also Gesetze und Normen spielen zusammen. Also ich, ganz kurz, Frau Lutz und dann Frau von Zorgarten, ich würde jetzt kurz die Reihenfolge. Genau, ich würde da nur gerne noch so ein paar Forschungsergebnisse, also ich würde, also auf jeden Fall muss die Beteiligung von Vätern an der Familienarbeit normalisiert werden, das würde zum Beispiel auch Diskriminierung von Müttern eventuell ein bisschen verringern und das wäre sich und der erste Schritt dabei ist ja sowas wie zum Beispiel das Elterngeld, die Elternzeit, das ist häufiger von Vätern auch genutzt wird, möglichst auch alleine genutzt wird, nicht gleichzeitig mit der Mutter und dann, und da gibt es tatsächlich Forschung inzwischen zu, dass wenn Väter die Elternzeit stärker nutzen, dass die sich dann auch im weiteren Lebenslauf des Kindes halt stärker engagieren. Also das ist sicherlich so ein erster Schritt und da kann man dann eben auch gesetzlich wieder einhaken, wie es ja jetzt schon gibt mit diesen Zusatzmonaten, wenn man da halt Anreize setzt, dass Väter sich häufiger beteiligen, wird man da auch langfristig was an den Normen verändern kann. Frau Fonsert. Die Haltung ist sicherlich eine ganz wichtige Frage. Ich glaube, dass Politik hier aber Anreize setzen muss für ein bestimmtes Verhalten. Das ist ihre Aufgabe letztendlich. Darin drückt sich dann auch eine Haltung aus. Was man aber nicht vergessen darf, ist, dass man zum Beispiel auch für Alleinerziehende dringend Unterstützungsleistungen braucht, die sie aus der Armutsfalle herausholen. Ein großer Prozent von Alleinerziehenden sind im SGB II-Leistungsbezug. Und sie sind doppelt belastet mit der Frage, wie dann die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu leisten ist, gerade in Corona-Zeiten. Und hier nutzt es mir auch wenig, an der Haltung zu appellieren, weil ich glaube, die meisten Alleinerziehenden Mütter und auch Väter kämpfen sehr um die Bewältigung ihres Alltags. Und da muss ich nicht an die Haltung herangehen, sondern ich muss knallfest schauen, wo ich sie entsprechend finanziell, also monetär unterstützen kann und wie ich ihnen andere, nicht monetäre Unterstützung noch zusätzlich geben kann. Richtig, danke schön. Das war auch eine Frage hier, die kamen. Vollerwerbstätige Alleinerziehende werden bestimmt wieder vergessen. War die Befürchtung, wie sehen mögliche Perspektiven aus? Dann noch eine andere Idee zu dem Thema von Ihnen, die hier in dem Podium sitzen. Wie kann diese Perspektive gegeben werden? Wir hatten ja eben über die Steuerklassen gesprochen, wo Eheleute dann bevorzugt werden, da haben natürlich Alleinerziehende auch wieder gar nichts von. Also das wäre so ein erster Punkt, wo auf jeden Fall irgendwas passieren muss, wo ich aber auch überhaupt nicht sehe, dass da irgendwas diskutiert wird und Betreuung ist dann der zweite große Punkt, das ist für Alleinerziehende natürlich auch nochmal sehr viel wichtiger. Klar, Betreuungsausbau, den gibt es ja jetzt, aber sollte es eine zweite Welle geben oder lokale Schließungen wieder geben, sind Alleinerziehende auf jeden Fall zu bevorzugen, wenn es da so eine Notbetreuung gibt. Das ist, glaube ich, in den Kommunen und Ländern auch ganz unterschiedlich geregelt. Das passiert schon, ja. Ist es schon, okay, ja, genau. Also das muss er fässern. Aber ich könnte mir natürlich auch darüber hinaus vorstellen, dass man natürlich auch mit einer Kindergrundsicherung Alleinerziehende viel besser erreicht. Mal unabhängig davon, dass die bestehenden Leistungen, dass man die mittelfristig oder zwischenzeitlich zumindest so anheben sollte, dass sie existenzsichernd sind für die Kinder von Alleinerziehenden, auch für andere Familien, die entsprechende Bedarfslagen haben. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie wir die gerade Alleinerziehenden hinreichend unterstützen können, und zwar auf der gesamten Linie. Also da haben Sie absolut recht. Das ist auch der Grund, warum wir gerade zum Thema Alleinerziehende schon zwei Anträge genau mit diesen Hintergründen, und zwar vor Corona, gebracht haben. Wie gesagt, die brauchen erstens eine deutliche Entlastung steuerlicher Natur. Sie brauchen zweitens, was das Thema Betreuung angeht, mehr Unterstützung. Und sie müssen übrigens bei dem Thema der Kindergrundsicherung oder bei dem Thema der Kindersicherung sozusagen, der Perspektiven, die Kinder dort haben, deutlich verbessert werden. Also da passiert zumindest insofern was, dass man sagt, es wird aufgenommen und es wird eingebracht. Ich würde mir in dem Punkt, auch in dem Punkt, im Interesse der Kinder und der Väter und Mütter wünschen, dass da die Regierung mehr darauf eingeht. Und ganz kurz noch zu diesem Thema Haltung. Wenn wir über Alleinerziehende reden, dann bedeutet für mich Haltung dann vom Umfeld Richtung dieser Alleinerziehenden oder des Alleinerziehenden und natürlich von der jeweiligen Partnerin und dem jeweiligen Partner. Also das meine ich mit dem. Auch die müssen eine Haltung zeigen. Also die Alleinerziehenden, das ist mir klar. Entschuldigung. An der Stelle würde ich gerne, weil es auch ein interkulturelles Thema ist, die Frau Rössler noch mal reinnehmen. Ich hoffe, dass die Verbindung jetzt stabiler ist Sie sind ja als, wenn ich das verstanden habe, Deutsch-Russin, zugleich aber nicht nur auf diese Kultur fokussiert, sondern in Ihrem Netzwerk sind ja sehr viele verschiedene Kulturen. Wie bringen Sie denn diese Haltung in diese verschiedenen Kulturen oder was haben Migranten für besondere Herausforderungen in diesen Tagen, wenn es um die Mitarbeit im Haushalt zum Beispiel geht? Ich kann mir vorstellen, das kommt schnell an Grenzen, oder? Ja, obwohl ja, also ich, eine Sekunde, kann man mich hören? Ja, jetzt bisher sehr gut. Okay, sehr gut. Also wenn was schlechter kommt, dann mache ich das Bild aus. Ja, das kann man ja auch nicht so pauschalisieren, weil Migranten sind nämlich gleich Migranten. Migranten also die Problematik, die gerade jetzt beschrieben worden ist, also viele hohen Arbeiten und haben, wenn sie bereits schon beschrieben sind. Es gibt ja auch andere Migrantengruppen, wo die Familienrollen etwas schnell gestaltet werden und da gibt es andere Problematiken. Aber ich würde sagen, ich würde jetzt wirklich brutal sagen, das, was uns jetzt aus unseren Mitgliedsorganisationen zugetragen worden ist und was die Menschen am meisten bewegt, ist eher nicht die Frage der Geschlechter, sagen wir so, sondern die Frage, was wir dann konkret mit unseren Kindern jetzt machen und wie wir tatsächlich so ein Bildung bleiben, die jetzt drohen zu gehen. Leider die Frage geht gerade wieder bei mir ganz unter. Entschuldigung, können Sie die letzte Frage, ich halte das, Sie sagten gerade, das kam bei mir noch an, es geht nicht um das Thema Geschlechter, Unterschiede Mann-Frau, sondern primär um die Frage, wenn Sie die nochmal wiederholen und an wen geht die Frage, dann können wir die vielleicht gleich aufnehmen. Okay, also diese Geschlechterproblematiken, die werden in unterschiedlichen Communities sehr unterschiedlich gelöst, ja, aber uns geht es primär um die Frage, wie wir tatsächlich die Kinder in dieser Krise und insgesamt die Familien, aber natürlich auch die Kinder unterstützen und diese Bildungslücke vermeiden, jetzt droht zu entstehen oder größer zu werden. Verstehe. Und ich, ja, genau. An wen geht die Frage, wer möchte die Frage mal aufgreifen? Ich kann natürlich jetzt nicht sagen. Ich gebe die Frage einfach mal in die Runde, wer möchte da vielleicht ein paar Ideen einbringen? Ich habe leider die Frage nicht richtig verstanden. Ich auch nicht. Also noch eine, Frau Rösler, die Frage, die bei mir jetzt ankam, war, was kann damit der Anschluss nicht, gerade speziell für Migrantinnen, Kinder, wie kann hier gesichert werden, dass der Anschluss, der ohnehin ja schon für viele gefährdet ist, nicht noch größer wird, das Gap hier nicht noch größer wird? Ist das die Frage gewesen, Frau Rösler? Die Schulen aufmachen, die Schulen auflassen, das ist ganz einfach. Also einfach die Schulen auflassen. Ich meine, weil das ist ja tatsächlich, es kam jetzt auch gerade in den Kommentaren, das ist ja das eigentliche Thema. Also wie gesagt, ich kriege auch viele Zuschriften von Müttern und die haben ja auch vor dieser Sendung habe ich auch viele Zuschriften bekommen und da haben ganz viele gesagt, ich brauche eine zuverlässige Betreuung für mein Kind und ich möchte, dass mein Kind in die Schule geht. Also das ist eigentlich das wichtige Thema und deswegen habe ich immer so Sorge, wenn wir über diese ganzen Nebenschauplätze sprechen, wo Geld da und da reingesteckt wird, man muss einfach jetzt Geld ins Bildungssystem investieren. Zum Beispiel ist auch ein Problem in den Schulen, ganz ehrlich, die Gebäude sind einfach auch nicht geeignet, auch in der Influenza war das ein Problem. Ich sage meinen Kindern, sie sollen sich die Hände waschen und in unserer Grundschule gibt es teilweise kein warmes Wasser, keine Seife. Die Eltern putzen jeden Freitag im Klassenzimmer, weil das Geld nur reicht, um den Boden zu fegen. Da werden keine Tische abgeputzt und das haben wir vor Corona schon gemacht, weil wir gesagt haben, das ist nicht hygienisch und das entspricht auch nicht das, was ich meinen Kindern zu Hause beibringe, abgesehen davon. Also da muss nicht nur in Digitalisierung, sondern auch in die Schulen investiert werden und es müssen natürlich jetzt schnell Lösungen gefunden werden. Also ich bin, da werde ich jetzt wahrscheinlich viele verärgerte Kommentare bekommen, aber ich bin nicht einverstanden damit, dass die Lehrer sich so, also ich muss sagen, ich habe nur gute Erfahrungen mit den Lehrern meiner Kinder gemacht, das möchte ich vorne anstellen, aber dass zum Beispiel bis zu 30 Prozent der Lehrer sich als Risikogruppe definieren, das habe ich von keiner Supermarktangestellten gehört, das dürfen Polizisten nicht, die sind auch verbeamtet, das ist wirklich ein Problem und da verstehe ich auch nicht, warum Herr Meidinger, der Vorstand des Lehrerverbandes, so Dinge sagt, wie ein Regelunterricht kann bis zu einem Impfstoff nicht mehr stattfinden, den es vielleicht nie geben wird, also das stürzt Eltern und Kinder in Verzweiflung einfach und deswegen finde ich, muss über dieses Thema gesprochen werden, dass in dieser Pandemie einfach, es wurde ein Influencer-Pandemie-Plan ausgerollt, wo es auch keine Kitas gab, ja, da konnte man darüber, da gab es keinen Plan dafür und wo die Kinder bei Influencer spielen sie eine größere Rolle und es ist einfach inzwischen klar, dass die Schulen im Grunde, also mein Empfinden ist, dass die Politik, wenn es schwierig wird, muss sie ja irgendwas machen und dann ist der geringste Widerstand da, weil da keine Lobby auf den Füßen steht, der Politik, wir machen einfach die Schulen zu und deswegen, das ist die Lösung, Schulen müssen offen bleiben, also das geht nicht, dass die sofort immer wieder zugemacht werden. Ja, Frau von Zurgarten. Ja, vielleicht dazu noch einen Beitrag. Ich glaube, wir werden ein bisschen Klarheit in die Situation, auch was die Ansteckungsmöglichkeiten in Kita und Schule anbelangt, in nächster Zeit bekommen. Da gibt es ein paar Studien, wo das RKI mit dem DJI zum Beispiel eine Forschungsreihe eröffnet hat, die läuft schon, die sich mit dem Ansteckungsverhalten in Kindertageseinrichtungen auseinandersetzt und auch in Schulen wird geforscht. Wir haben da die Möglichkeit, vor allen Dingen über Testungen zumindest partiell eine Sicherheit zu schaffen. Das ist nicht abschließen, weil in dem Moment, wo man getestet hat, kann man sich später dann infizieren. Das ist vollkommen klar. Aber ich glaube, nur über solche Verfahren und Studien kommen wir da weiter, um auch bei der Lehrerschaft wieder Sicherheit zu kriegen, dass eben nicht die Schule der Ort der Ansteckung ist, der vor allem der bevorzugte Ort der Ansteckung ist, sodass die Lehrkräfte eben auch wieder in den Schulalltag zurückkehren. Ich will mal vielleicht noch eine andere Sache damit ansprechen, die damit im Zusammenhang steht, ist eben auch ein Stück weit die Überalterung, die wir im Schulsystem zu verzeichnen haben. Wir haben da sehr viele Lehrkräfte, die 60, Ü60 sind, die in den nächsten Jahren auch aus dem Schuldienst ausscheiden werden. Und wir haben wenig junge Kräfte, die in die Schulen nachgekommen sind. Das ist auch ein Stück weit Politik gewesen, eine Zeit lang, die Studierenden davon fernzuhalten, das Lehramt anzustreben. Das Gleiche gilt übrigens für den Kita-Bereich. Auch da haben wir vielfach eine Überalterung des Personals. Und wir haben jahrelang darauf gesetzt, möglichst viele Kinder in die Einrichtung zu kriegen und die Gruppen immer größer zu machen oder zumindest sie nicht hinreichend zu verkleinern, was eigentlich aus pädagogischen Gründen gegeben gewesen wäre. Geht übrigens auch für Schulen. Und jetzt sehen wir die Situation, dass wir plötzlich sagen, wir brauchen kleinere Klassen, wir brauchen kleinere Möglichkeiten der Beschulung, kleinere Gruppensituationen in der Einrichtung und können die gar nicht liefern. Wir können die räumlich nicht liefern, wir können die nicht liefern, wenn wir nicht genügend Personal haben. Also an der Stelle muss man auch sehen, dass wir hier in den letzten Jahren, Jahrzehnten sicherlich auch einiges besser hätten machen können. Politik vor allen Dingen hätte vieles besser machen können. Und jetzt kommt es darauf an, wie wir unter diesen Bedingungen, und ich finde es schon legitim, dass auch Fachkräfte einen Bedarf an Sicherheit haben, wie wir unter diesen Bedingungen jetzt einen Schulalltag organisieren, der allen Bedürfnissen gerecht wird. Also es geht darum, auch kluge Konzepte zu finden, sich anzuschauen, welche Schule ist wie aufgestellt. Auch unsere Schulen sind ja nicht alle gleich. Also die gehen von ganz unterschiedlichen Bedingungen aus. Also sie haben ein großes Gefälle, ob sie sich zum Beispiel eine Waldorfschule im ländlichen Bereich anschauen oder ob sie sich eine Brennpunktschule in Berlin-Neukölln anschauen, dann haben sie da schon ganz andere Bedingungen, die sie vorfinden. Und entsprechend dieser Bedingungen muss man sich auch, muss Schule sich, aber vielleicht auch viel stärker noch mit Eltern gemeinsam, und darauf kommt es mir an, zu überlegen, wie man jetzt den Schulalltag gestaltet. Weil natürlich, klar, die Menschen werden erst wieder zu einer richtigen Sicherheit zurückkehren können, wenn ein Impfstoff vorliegt. Und zumindest, dass die Menschen keine Angst mehr haben müssen, davor sich wo auch immer zu infizieren und das über ihre Anwesenheit, sei es im Beruf oder sei es in der Familie, dann weiterzugeben. Da würde ich gerne noch mal kurz einhaken. Ja, Frau Wenzel und dann Gregor Agilidis. Zum Thema Studien. Wir fordern seit April, dass es Studien zur Rolle von Kindern gibt, wie stark sie diese Krankheit übertragen oder auch nicht. Ich kann, ich verstehe einfach nicht, warum es dazu noch keine zuverlässigen Aussagen gibt. Und in unserer Community, da sind jetzt mittlerweile über 14.000 betroffene Eltern drin, hören wir immer wieder, dass es auch viele Eltern gibt, die einfach wirklich Angst haben und die sich nicht sicher sind, was das für ihre Kinder bedeutet, was das für sie bedeutet, was das für Großeltern bedeutet, die man mittlerweile ja auch einfach einspannen muss, weil es nicht anders geht. Also das ist eine ganz, ganz klare Forderung, die wir haben. Bayern hat jetzt letzte Woche, vorletzte Woche eine Studie auf den Weg gebracht. Da werden erste Ergebnisse im Januar nächsten Jahres erwartet. Also ich weiß nicht, wie wir das bis dahin alle irgendwie schaffen sollen. Ich weiß nicht, warum es nicht... Aber es gibt eine Studie von... Entschuldigen Sie, Frau Wenzel, es gibt ja eine Studie von Herrn Gretschmann mit 5.000 Kindern, das ist weltweit sogar die größte, die eindeutig ist eigentlich. Also, dass Kinder eben keine große Rolle spielen. Ja, genau. Aber warum ist das nicht die Studie, auf die sich alle berufen? Also ich verstehe nicht, warum... Ja, verstehe ich nicht. Ja, klar. Also offenbar gibt es eine Diskrepanz, was ich wahrnehme, auch als Beobachter, als Vater von zwei Töchtern und als jemand, der politisch nah, aber nicht in der Politik ist und arbeitet, dass es diese Erkenntnisse versus dem, was daraus geschlossen und umgesetzt wird, ein großes Gap ist. Also die These ist, ist das Thema Familien und Kinder schlichtweg, hat es selbst innerhalb des Parlaments eine zu geringe Lobby? Ist das überhaupt systemrelevant erkannt, was wir hier diskutieren? Man hat den Eindruck, wenn ich sehe, wohin Milliarden gehen, will das gar nicht gegen gut verdiente Rentner jetzt sagen. Wenn ich mir überlege, wie viel wir in Renten stecken und wie wenig wir in die Zukunft, also in unsere Kinder stecken, dann empfinde ich das als betroffener Vater, als große Disbalance. Liegt das auch daran, dass einfach Familienpolitik sich nicht richtig durchsetzen kann im Parlamentsbetrieb, Herr Agilides? Aber die Frage ist doch ganz kurz nochmal ein, warum brauchen wir denn eine Lobby? Also warum sind wir nicht Selbstverständlichkeit? Das ist schlimm genug. Warum sind Familien und Eltern und Kinder nicht prioritächtig? Ich verstehe immer diesen Ruf nach einer Lobby nicht, weil... Nein, ich wollte keine Gründen. Ich stelle nur fest, irgendwie ist da ein Unterschied zwischen erkennbaren Studien, die das alles belegen, was wir hier mit Kopfnickend uns zubilligen, und gleichzeitig der Umsetzung, da gibt es ja eine Diskrepanz. Und das wäre nur eine Hypothese. Das Thema, es gab mal einen Bundeskanzler, der sagte, na, das ist Gedöns. Sind wir da noch? Sind wir da noch? Herr Agilides, Herr Agilides muss sich entmuten, da unten. Ja, danke. Das habe ich jetzt eben auf das Geschäft. Ja, herzlichen Dank für den Hinweis. Das habe ich auch im Bundeskanzler, der gesagt hat, naja, Kinder kriegen die Menschen sowieso. Also das sind alles völlig absurde Gedanken. In die, meines Erachtens, ein Wissenschaftler oder ein Professor der Uni Bonn hat das eigentlich sehr schön auf den Punkt gebracht, was das Thema Studien angeht. Es gibt, also zu der Zeitpunkt, als er den Gastvertrag geschrieben hat, 18 Studien, die klar belegen, dass Kitas und Schulen keine Spreader sind. Punkt. Und es gibt genau eine, wenn man sie denn Studien nennen will, von Herrn Drosten. Und der hat, also das ist so wie, wenn sie ein Sportspiel haben, ein Fußballspiel haben und dann steht zur Halbzeit 18 zu 1 und dann sagt der einer, aber das Spiel ist noch offen. Ja, das ist absurd. Also es gibt schon lange Studien. Ich lasse jetzt mal Schwinn aus dem Vorwahl, dass ja sowieso immer für viele dann ein Riesenpunkt ist, aber wir reden über Dänemark, wir reden über Norwegen, wir reden über genug andere Länder, wir reden über Frankreich. Da ist es bekannt, die Frage ist nur, hat man den Willen und hat man den Abhundpunkt in der Hose zu sagen, nein, das ist so und deswegen öffnen wir die Kitas und die Schulen und selbstverständlich schauen wir darauf, dass möglichst, das großmögliche Maß an Hygiene und an Sicherheitsstandards eingeführt wird und zwar ist das natürlich von Schule zu Schule unterschiedlich zu sehen, aber da von Regierungsseite quasi den Verantwortungs-Peter auf die Schulen und die Kommunen zu schieben, das hatte ich, also da muss ich mich zurückhalten, um nicht die falschen Adjektive zu benutzen. Also da sehe ich Politik, das war das, was ich gemeint habe, da muss ganz klar zugunsten von Kindern, von Familien Stimmung gemacht werden oder nicht Stimmung, sondern Klima geschaffen werden, diese Angstmacherei, die wir hatten und natürlich sind dann auch eine Reihe von Lehrern verunsichert, ja, aber in Hergels Namen, Pflegekräfte gehen auch zum Krankenhaus und in die Pflegeheime und alle machen ihren Job und ich denke, da muss Politik deutlich stärker am Flock setzen und muss sagen, wir machen das, wir schaffen das, wenn es begründete Fälle gibt, wo es nun auf keinen Fall geht, wo das Risiko nicht angemessen ist oder nicht verantwortbar ist, da geht das nicht. Ja, beim Stichwort Angstmacherei ging bei Frau von zur Garten der Finger hoch gerade oder war das Bezuhung auf Angst? Ja, natürlich. Das empfinde ich persönlich mittlerweile sehr und gestatten Sie mir einen Hinweis, ist auch dieser Hinweis mit dem Impfstoff, wir können nicht darauf warten, also wir können uns darauf einigen, dass wir sagen, die Normalität kriegen wir im Zweifel, wenn die ersten Medikamente da sind oder was auch immer, aber auf den Impfstoff zu warten, also ich bringe immer dieses Beispiel und dann nicken alle verständnisvoll, Aids kam hoch, als ich so um die 18 war, ja, das ist 35 Jahre her, da haben wir immer noch keinen Impfstoff, also wir können nicht darauf warten. Das habe ich nicht gesagt. Das habe ich nicht gesagt. Das bezog ich nicht auf Sie. Entschuldigen Sie, das bezog ich nicht auf Sie. Das ist genauso, ich will das nur sagen, weil dieses Thema, weil es werden ja bewusst manchmal von politischer Seite Vergleiche angezogen oder Aussagen getroffen, das beziehe ich jetzt nicht auf diese Runde, also diese Runde ist sensationell, sachlich und konstruktiv, aber da kommt von politischer Seite wirklich sehr häufig dieses Thema Angstmacherei, dann schlagen auf irgendwo Leute über die Stränge, halten sich nicht an die Regeln und dann wird so als erstes der Reflex Schulen und Kitas und das muss auch sein. Frau von der Garten die Chance der Korrektur, was wollten Sie sagen? Genau, ich würde einen ganz konkreten Vorschlag dazu machen, weil ich finde, das nutzt mir an der Stelle nichts, wenn das erste Kind von mir einen Schnupfen hat und muss wieder abgeholt werden von der Gapte. Es nutzt mir nichts, wenn der erste Corona-Fall in der Schule war und die Schule in die Quarantäne geschickt wird. Das nutzt mir alles nichts. Es nutzt mir übrigens auch nichts von Trägerseite, wenn die Fachkräfte Angst haben, sich anzustecken und bei jeder Erkältung, bei jedem Kratzen im Hals sofort für sich glauben, erkrankt zu sein und dann sich krank melden. Wenn ich kein Personal habe, ob in Schulen oder Kitas, dann greift das ganze Konzept auch in die Lehre. Also muss ich überlegen, ob ich da ein möglichstes Maß an Sicherheit bringen kann. Und das Gapte, was Sie machen sollten, finde ich, dass Sie die Möglichkeit schaffen, dass auch ohne oder mit einer geringen Symptomatik Kinder in den Kitas und Erzieherin sich testen lassen können und zwar auf Kosten der Krankenkasse. Das gibt es momentan noch nicht. Das fordern wir. Zum Beispiel für Kitas nicht. Und dann hat man zumindest mal die Gewissheit, ja, hier liegt nichts vor, das muss schneller gehen in der Testung, wann die Ergebnisse da sind. Und dann ist nämlich, da muss ich vielleicht mein Kind am Nachmittag mal abholen, weil es ein Schnupfen hat. Aber dann wird mein Kind getestet, das ist klar, das ist ein Schnupfen. Und dann kann mein Kind mit einem Schnupfen natürlich, mit einem leichten Schnupfen, jetzt auch wieder in die Kita gehen. Weil das ist ja ein Wahnsinn, dessen Kind hat der nicht eine laufende Nase gehabt in den ersten Kinderjahren. Deswegen kann man das betreuteste Problem auch lösen. Vielleicht in der Gruppe, die jetzt sagt, ich gucke schon auf meine drei Enkelkinder und kann sagen, wie es bei denen ist. Aber nichtsdestotrotz ist da die Situation nicht anders. Und ich kann doch nicht einen Maßstab jetzt ansetzen, der realistisch überhaupt nicht zu halten ist, weil das nun mal in Kindergruppen faktisch nicht möglich ist. Also muss ich ein Maß an Sicherheit möglich machen. Und das kann ich im Moment nur übers Testen. Ja, Frau von Zugarten, Sie tragen bei mir mit diesen Forderungen Eulen nach Athen, wenn ich das so sagen darf, weil genau das sind die Forderungen, die wir stellen. Das muss so sein. Und wenn wir das einfügen, dann müssen wir genauso eben dafür sorgen, dass wir den Menschen sagen, ihr braucht keine, also sag es mal so, ihr müsst jetzt nicht mit Panik oder mit Angst da reingehen, sondern wir gucken uns hier an, wir sehen ja was in anderen europäischen Ländern, die eben das Thema Kitas und Schulen, wissen Sie, manchmal habe ich das Gefühl, auch deswegen sage ich Angstmacherei, dann gibt es 1000 Schulen, die öffnen und dann gibt es eine Schule, wo etwas passiert und wo es nicht in der Schule sozusagen passiert, sondern in die Schule reingetragen wird und dann tut man so, als ob sozusagen ein Großteil der Schulen Schuld an irgendetwas ist. Das war mein Hinweis. Und Sie haben absolut recht, das Thema Testen und das Thema Sicherheit schaffen und das Thema in Hygiene investieren, das ist absolut vorrangig und dafür brauchen wir aus meiner Sicht auch von der Bundespolitik entsprechende Unterstützung, weil nicht jede Kommune kann eben ein Kompetenzzentrum errichten für Studien und für Vergleiche mit anderen. Und Frau Lechel, Sie haben absolut recht, ich kann mich daran erinnern, ich finde es völlig absurd, dass es Schulen gibt, wo es keine Seife gibt, also vor Corona. Es ist unmöglich. Wenn die Wasserhände überhaupt laufen. Frau Alefen. Ich wollte nur da anhaken, wo Sie gesagt haben, wenn in einer Schule ein Fall ist, da reingetragen wurde, das sehe ich nämlich ganz genauso. Ich verstehe nicht, warum die Beweislast bei Schulen umgekehrt ist. Es gibt keine Studien zu Autohäusern, es gibt keine Studien zu Restaurants zum Beispiel und da sind auch schon Fälle vorgekommen und dann hat man halt dieses eine Restaurant geschlossen und hat getestet und das versucht einzudämmen. es ist wirklich, also es kann nicht virologisch begründet sein, es muss politisch begründet sein, dass immer die Schulen sofort im Kreuzfeuer stehen und das muss aufhören, weil, wie gesagt, es ist, es verursacht so viel Leid und so viel, also bei unseren Kindern, bei den Eltern, es ist, also es ist einfach, die Verfassungsgerichte haben klar gemacht, eine Maßnahme, wenn sie so eingreift in Rechte, muss gut begründet sein, die ist überhaupt nicht, begründet die Maßnahme. Ja, es ist, finde ich auch, wenn ich das aus Sicht, würde mich jetzt mal die Sicht der Soziologin hier nochmal interessieren, der Lebenslauf-Expertin, es gibt ja wohl auch Studien, die, ich habe die Zahlen nicht im Sinn, die signalisieren, wie lange jetzt schon, wenn wir vier Monate nicht lernen und eine ganze Nation stillsteht im Weiterkommen, was das langfristig für Folgekosten hat. Also das ist das momentane Entlasten der Eltern, ist das eine, dass die Kinder ihren Sozialbezug verlieren, aber die langfristige Verlustrechnung, die sich in der, in der bildungsökonomischen Rechnung, da muss man ja auch irgendwann mal aufmachen, was wir, was unsere Kinder eben nicht lernen jetzt, dramatische Auswirkungen hat. Ist das, kennen Sie diese Studien oder haben Sie Konkreteres zu, Frau Lutz? Ja, also ich habe von den Ergebnissen auch gelesen, die Bildungsökonomen, die waren da ja ganz, ganz stark vor, die Schulen jetzt weiter geschlossen zu halten. Was aus meiner Warte da noch wichtig ist, da haben wir ja auch schon kurz drüber gesprochen, wer leidet denn am meisten darunter? Also welche Kinder können das kompensieren und welche Kinder nicht? Also wir haben Kinder mit Migrationshintergrund schon angesprochen. Wie sollen die das kompensieren? Die sind sowieso schon benachteiligt im Bildungssystem. Wie sollen das Kinder kompensieren, die aus bildungsfernen Haushalten kommen, die eventuell noch nicht mal ein Endgerät zu Hause haben und sowieso keine Bücher? Für die ist es besonders schwierig. Also Kinder aus, gebildeten Elternhäusen, die kriegen das vielleicht noch hin oder haben die letzten Monate hingekriegt. Wenn das jetzt aber so weitergeht, kommen die halt auch an ihre Grenzen. Also das werden wir langfristig sehen, wie sich das niederschlägt in Kindern, die nicht versetzt werden oder die Klassen wiederholen müssen oder früher abgehen bleiben. Ich möchte nur ganz kurz einen Einwurf machen, weil wir das jetzt schon zweimal hatten, das Thema mit Migrationshintergrund. Frau Rösler, Sie haben es ja auch schon angesprochen. Also meine Kinder haben auch Migrationshintergrund. Ich finde, man muss nur aufpassen, dass man nicht benachteiligt, die Kinder immer mit Migrationshintergrund gleichsetzen. Ja, das ist sehr heterogen. Das kommt ganz stark auch darauf an. Aber ich habe gerade, übrigens, darf ich mal was zu sagen? Natürlich. Ich möchte es auch stark vermieden, diese Gleichsetzung. Ich habe zuerst also eingangs gesagt, es gibt unterschiedliche Kinder mit Migrationshintergrund. und im Prinzip in dieser Familie, ich wehe wohl im Markt der sozialen Also die Kinder mit Migrationshintergrund, die aus Familien mit einem hohen Bildungsstandard also haben es viel, viel besser als viele Kinder ohne Migrationshintergrund, die aus Familien mit einem mittleren Bildungsstandard Also das habe ich eingangs deutlich, glaube ich, gesagt. Aber trotzdem haben viele Kinder mit Migrationshintergrund aus Familien mit hohem Bildungsstandard eine gewisse Benachteiligung in dem Sinne, dass die Eltern selbst gut ausgebildete Simmons-Spezialisten vor drei Monaten gekommen aus Indien sich in dem deutschen Bildungssystem nicht so gut auskennen und wenn das Bildungssystem da ist und die Schule geöffnet ist, sich wenigstens da unterstützt fühlen und wenn da keine Systeme da sind dann natürlich nicht. Ja, also ich kann viele, viele kleinere Beispiele jetzt der auch der Systembenachteiligung nennen, was Noten anbetrifft, zum Beispiel Notenvergabe, Zeugnisse, Versetzung, wo wirklich also die Probleme darin liegen, dass die Eltern das System einfach nicht durchringen, dass den Kindern nicht auch vermitteln können, dass sie richtig an der Schule verhalten sollen. Ja, oder das, aber das werde ich jetzt alles ersparen. Ich wollte nur sagen, viele Sachen von den Problemen, die lagen noch kurz und wir als Verband haben jetzt auch unsere Forderungen mal formuliert und unser Papier und diese Forderungen steht auf alles, was wir jetzt besprochen haben. Personal, mehr Personal an den Schmektionshintergrund und so weiter. Andere Ausbildungen, deshalb bestimme ich ganz für Personal, die Lehrer, die dann aus der Rennung kommen und so weiter. Es kann nicht unsere Lösung sein. Ja, jetzt bricht es gerade wieder etwas ab, Frau Rösler, akustisch wieder ganz schwer zu verstehen. Das Stichwort Personal will ich nur mal rausgreifen, das war eine meiner Fragen. Oder ich wollte ja was gut sagen, also okay, Personal und Digitalisierung und Ausstattung der Schulen haben wir auch schon alles bestätigt. Aber es wird immer gesagt, Bildung ist ein Landesproblem, ja, also föderale Ebene, Bundesebene hat mit nichts zu tun. Wir waren schon bei KMK und überall. Ich muss dazwischen gehen, Frau Rösler, Sie sind nicht zu verstehen. Das wäre richtig schade, weil da viele gute Ideen gar nicht mehr rüberkommen. Aber Stichworte sind ja da, die würde ich gerne aufgreifen, Frau Rösler. Also die nicht abwürgen, sondern nur das, was bei mir rüberkam, aufgreifen und zurück in die Runde. Stichwort Personal. Brauchen wir mehr Lehrer? Brauchen wir mehr interkompetente Lehrer? Was müsste sich in der Richtung der Qualität von Lehrerausbildung tun? Das sind so Aspekte, die hier mit angesprochen wurden in die Runde. Also ich glaube, ein Aspekt ist auf jeden Fall die Attraktivität des Berufes zu steigern, sowohl für Erzieher als auch für Lehrer. Bessere Bezahlung, besseres Ansehen, bessere Förderung, bessere Ausbildungsmöglichkeiten. Und das andere ist aber auch einfach ein bisschen kreativer zu sein, glaube ich. Also Menschen, die sagen, ich möchte gerne nochmal umschulen, nicht ein komplettes Lehramtsstudium vor die Füße zu legen, sondern zu sagen, okay, lass uns zusehen, wie man das in einem Jahr hinkriegen kann und dann berufsbegleitend weiter oder sowas. Also ich glaube, wenn man so ein massives Problem hat, dann muss man einfach ein bisschen kreativer denken. Und das ist eine ganz klare Aufforderung dafür. Ja, sehe ich auch so. Und auch die Ausstattung ist auch so ein Thema. Also wie gesagt, an der Schule meiner Kinder haben, und das ist, glaube ich, in fast allen Schulen so, die Lehrer bekommen ja noch nicht mal einen Computer oder einen Drucker gestellt. Also das sind sie alles privat, sich beschaffen. In welchem Arbeitgeber ist das so? Also da geht es einfach auch darum, dass die Ausstattung und Ausbildung auch jetzt auch die Digitalisierung, das müssen die ja auch wiederum den Kindern irgendwie vermitteln. Das kommt null vor. Und das ist wirklich, also ich finde, das hat die Corona-Krise ganz deutlich gezeigt, auch, dass sich da was ändern muss und dass da Gelder reinfließen müssen, ganz dringend. Ja, ja. Jetzt ist Herr Agelidis hat sich irgendwie verabschiedet, zumindest hier aus dieser Runde, sehe ich ihn nicht mehr. Kommt sicher gleich und hoffentlich gleich wieder rein. Vielleicht da Graf, sofern sie uns, das ist der technische Unterstützer im Hintergrund, helfen kann, dass Herr Agelidis wieder zu uns kommt. Das wäre ganz hilfreich. So viele Fragen werden jetzt auch an ihn gehen. Er ist ja auch einer derer, die diese zumindest bundespolitische Verantwortung als Sprecher der Fraktion in dem Bereich hat. Welche andere Frage wäre noch von, was kam bei Ihnen, ich will Frau Rössler einfach nicht, das tat mir so leid, dass das wieder technisch wäre. Meine ganz wichtige Frage in dem Bereich war, dass man uns immer sagt, und das ist auch in Deutschland, also Bildung ist ein Ländler. Also deswegen kann der Bund da relativ wenig bewirken. Ist das so? Weil jedes Land hat ein eigenes System. Ja, genau. Also ja, es ist, also Bildungspolitik ist nun mal Länderkompetenz, nachher, aber es sind zwei Aspekte, die ich doch nicht hier unter den Tisch fallen lassen möchte, sondern wie wir es ja beim Thema des Digitalpakts gesehen haben, mit der entsprechenden Grundgesetzänderung, die wir ja im Bundestag eingebracht haben, kriegen wir da eine Menge hin. Ich glaube auch, dass der Vorschlag, den wir haben, dass wir sagen, wir brauchen da bundesweite Standards. Ja, also wir wollen ja nicht jeden Lehrer und jede Kommune von Berlin aus steuern. Das wäre ja absurd. Das hat man in anderen sozialistischen Ländern und da sieht man, das Ergebnis ist nicht gut. Aber das Thema der Standards, die wir setzen müssen, in dem, wie muss eine Schule ausgestattet sein? Wie sieht das eigentlich aus von dem? Was muss dann eigentlich Schule leisten gegenüber den Kindern und Schülern? Und bitte, anders als das, was passiert ist, als die PISA-Studien rauskamen, wo dann am Ende des Tages ja der größte Druck dann auf die Familien und die Schüler rübergegangen ist, sondern da müssen wir im Endeffekt, da müssen wir im Endeffekt zusehen, wirklich bundesweite Standards. Da müssen wir hin. Dafür muss Bundesregierung kämpfen und dafür muss sie sich einsetzen. So, und der zweite Punkt, und da kann Bundespolitik auch verdammt viel machen, ist das Thema, wenn wir über Kinderarmut und Kindergrundsicherung reden, ist das Thema der Bildung und Teilhabe des Themas, was für Chancen geben wir? Wie ist dieses System, das Konzept ausgerichtet, dass Kinder die größtmögliche, ich sag jetzt mal, die bestmöglichen Chancen haben, sich zu entwickeln? Da kann Bundespolitik sehr wohl sehr viel machen und insofern sind das zwei sehr, sehr wichtige und große Baustellen, die wir anliegen können, wo wir auch aufpassen müssen, ist, dass wir quasi über dieses Thema, wir brauchen mehr Personal, ja, das brauchen wir und wir wollen auch mehr Qualität hinkriegen, all das, was wir sozusagen an bestehenden Potenzialen haben, Dinge zu verbessern, quasi auch nur auf diese lange Bank schieben, sondern wir müssen beides machen. Wir müssen jetzt die Strukturen über Standards, über Prozesse, und über direkte Unterstützung dann an die Familien mit Hardware und Ähnlichem verbessern und das Thema zusätzliches Personal und Qualität, das ist sozusagen noch obendrauf. Ja, das Stichwort Qualität bringen Sie, Frau von Zurgarten, ganz häufig in Publikationen, wie ich in der Vorrecherche gesehen und gelesen habe. Was heißt für Sie Qualität in der Bildung? Was können wir jetzt vielleicht auch in der Corona-Zeit jetzt vorbereiten, damit daran in den nächsten Jahren eine Steigerung zu erkennen wird? Ja, man muss sich da unterschiedliche Qualitätsdimensionen anschauen. Das ist einmal die Strukturqualität, da schaut man sich natürlich an, was ist vor Ort vorhanden, etwa in den Kindertageseinrichtungen, wie ist die Relation von Fachkraft und Kindern, wie ist das alterstechnisch nochmal ausgestattet, wie sind die Räumlichkeiten, die vorherrschen, wie ist die Leitungsfreistellung zum Beispiel für die ganzen administrativen Aufgaben, die Leitung zunehmend auch zu leisten hat? Das sind alles Fragen, die sicherlich auch in einer anderen Art und Weise auch auf Schule zutreffen. Auch da ist die Frage, wie ist denn die Klassengröße, wie ist zum Beispiel Inklusion umgesetzt? Das trifft auf alle Bereiche zu. Wir haben noch gar nicht über die Situation gesprochen von Eltern mit behinderten Kindern, die oftmals in der Corona-Zeit aufgrund ihrer Behinderung schon vollkommen außen vor bleiben und zwar in Kita und Schule, weil man gleichsam davon ausgeht, dass jede Behinderung auch gleich ein höheres Infektionsrisiko mit sich bringt und sie per se zu Risikogruppen hören, was so einfach definitiv nicht richtig ist und auch diese Kinder haben ein Recht auf Teilhabe, auf Bildung, auf Schule, auf Partizipation. Also das ist das eine, das Strukturmerkmal, aber wir haben natürlich auch in der Qualität der Bildungsangebote, in der Interaktion zwischen Kindern und Erzieherinnen oder Kindern und Jugendlichen und ihren Lehrern natürlich da sicherlich hier und da noch Luft nach oben, sage ich mal, ganz vorsichtig, wobei wir da auch nicht, da kann man das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten, weil natürlich haben wir hier auch ein ganzes Spektrum an unterschiedlichen Konzepten in Einrichtungen, in Schulen, da sind weder die Schulen noch die Kindertageseinrichtungen alle gleich und ich glaube, es ist wichtig, dass wir genau hinschauen, welche Schule mit welchem Konzept, mit welchem Profil arbeitet, genauso wie in Kindertageseinrichtungen, aber dass wir ihnen allen die Möglichkeiten, die Rahmen zur Verfügung stellen, damit sie auch wirklich hochqualitative Arbeit abliefern können, weil das ist eben faktisch kaum möglich, wenn ich eine Klassengröße von 30 und mehr in einer Klasse habe und das unter den Bedingungen von Corona mit Abstandsgebot und Hygieneregeln ist das faktisch kaum noch möglich und dann muss man eben schauen, wie man in den Einrichtungen kluge, intelligente Konzepte strickt und da noch mal mein Hinweis, dass man das nicht ohne Beteiligung der Kinder und Jugendlichen machen sollte, genauso wie der Eltern, weil wenn man die Eltern nicht ins Boot kriegt und mit den Eltern endlich auch so ein Dialog anfängt, wie das Ganze gehen kann, dann glaube ich, laufen die Dinge weiter aufeinander, die Ängste bei Eltern und Kindern und Jugendlichen werden zunehmen, gerade bei denen, die in Abgangsklassen sind, wo nicht klar ist, was denn am Ende des Tages mit den Zertifikaten, die sie dann erwerben, auch wirklich zu, wofür die dann stehen in Zeiten, wo Beschulung nur partiell stattfindet und ein Punkt muss uns wirklich, muss uns wirklich, wirklich nachdenklich bis bestürzt machen, wenn Lehrer melden, dass sie bis zu 20 Prozent ihrer Schülerschaft in Zeiten von Corona gar nicht erreicht haben. Da glaube ich, da muss Politik ganz schnell schauen, wie sie da für bessere Rahmenungen sorgen, weil wir können und wir dürfen uns das nicht erlauben, dass wir so viele Kinder geradezu sträflich zurücklassen und die benachteiligen, die oftmals aufgrund der sozialen Situationen der Kinder und Jugendlichen schon gegeben ist, nochmal manifestieren und damit unter Umständen eine ganze Generation verlieren. Ja, das war auch in der Bertelsmann-Studie. Frau Wenzel, Ja, und nicht nur dieser Armutsaspekt, sondern auch wirklich ums kindliche Wohl sich sorgend. Also wenn man liest, dass gerade eine Studie der Charité veröffentlicht worden, 23 Prozent mehr Fälle von Kindesmisshandlungen im ersten halben Jahr im Vergleich zum letzten Jahr, da kommen mir als Mutter wirklich Tränen in die Augen. Wie kann man das einfach so stehen lassen? Also das geht nicht, finde ich. Ja, ja, also die Kollateralschäden des einfaches Zumachens von Schule und Kita, die sind offensichtlich, das ist, denke ich, eine zentrale Forderung, die ich ja insgesamt als Konsens, als Punkt Nummer eins schon mal rauslese, so eine halbe Stunde etwa haben wir ja noch. Ich wollte so mal an dem Punkt nochmal hinschauen, was ist so konsensfähig. Also es definitiv die Forderung wieder aufmachen unter Berücksichtigung und Wahrung natürlich von Sicherheit und Gesundheitsaspekten. Aber es gibt kaum eine Alternative zum Wiederöffnen, weil natürlich sind auch Kinder gefährdet. Natürlich können sie anstecken, aber diese Super-Spreader, oder Hotspot-Multiplikationsbefürchtungen zeigen Studien, sofern ich sie kenne, haben sich nicht bewahrheitet. Also insofern muss man abwägen, was sind die Folgeschäden, die wir billigend als Gesellschaft in Kauf nehmen, wenn wir weiter einfach zumachen und die Zögerlichkeit weiter dominiert und wo müssen wir mutiger werden. Ein zweiter Aspekt, den ich für mich rausnehme, den ich hier auch höre, ist häufig, wir hören ja, es ist nicht nur ein Thema, wo sich jetzt Eltern mit Lehrern zusammensetzen. Es ist ein interdisziplinäres Thema. Mir fehlt auch in vielen Aspekten der Corona-Bewältigung die Zusammensetzung interdisziplinärer Beratungsgruppen, auch für die Regierung. Vielleicht findet die Stadt, mir sind sie nicht immer bekannt, aber man hat den Eindruck, es sind geschlossene Kreise, die sich selbst vergewissern. Das war am Anfang die Virologen mit der Bundesregierung, wo man eben auch sich gewünscht hätte, da wären Eltern schon dabei gewesen und hätten über ihre Nöte und Sorgen mal berichten können, genauso wie Lehre einzubeziehen. Wäre das nicht auch ein Ansatz, aus Ihrer Sicht vielleicht den Aspekt des interdisziplinären Beitrags mal zu schauen? Wo würden Sie sagen, was müsste passieren mit Blick auch auf den Punkt 3, den wir ja auch heute noch aufmachen wollen, wenn wir nach vorne schauen? Was ist jetzt, was wir vielleicht hier und heute noch miteinander als Ideen mitbringen und in den Herbst tragen könnten, die wir wieder aufgreifen? Was wären Dinge, wo Sie denken, da wären Sie gewillt, nochmal mit zusammenzukommen, etwas reinzubringen und wer sollte, der heute nicht dabei ist? Es sind ja viele Disziplinen nicht vertreten. Wer müsste auf jeden Fall dazukommen? Also, vielleicht mal ein Hinweis, um das mit dem Herbst aufzuklären. wir planen ja, soweit das irgendwie möglich ist und wir es vernünftig organisiert kriegen, eben ein quasi analoges Zusammentreffen dann in größerer Runde auch mit, ich nenne es jetzt mal, mit unterschiedlichen Foren zu unterschiedlichen Themen. Insofern ist das natürlich ganz spannend, was da sozusagen der Input von dieser Gruppe auch kommt, die sehr bewusst, sehr heterogen von ihrem Blickwinkel sozusagen zusammengestellt ist. Ich denke, diesen Punkt der indisziplinären Konstellation, ja, das ist ja auch der Grund, warum wir sagen, wir brauchen jetzt relativ zügig eigentlich einen, ich nenne es mal, Evaluationsgipfel, der dann nach vorne guckt von der Regierung und der muss natürlich interdisziplinär zusammengestellt sein und der muss natürlich auch das Thema Elternbeteiligung und auch der Beteiligung der Jugendlichen, inwiefern wir dann auch, ich sage jetzt mal, ganz junge Kinder mitbeteiligen können, dann in dem Forum mal dahingestellt. Das muss natürlich passieren. Ich würde ganz gerne noch einen Satz zu dem Thema, was Frau Wenzel angesprochen hat, anführen, also über das Thema der Kindesmisshandlung. Ich werde jetzt das nicht nur wegen dieses Themas ansprechen, aber dass der Aspekt, der eigentlich auch aus der Verfassung sich ergibt und auch im SGB, also im dossier Gesetzbuch entsprechend ja formuliert, das ist ja, dass der Staat auch die Aufgabe des Themas, ich nenne es jetzt mal Familien, also Neudeutsch nach Familienempowerment im Gesetz stehen ja ganz bewusst die Worte Familienstärkung, Familienberatung, Familienentwicklung, dass wir da natürlich in den letzten Jahren und Jahrzehnten sehr vieles versäumt haben und auch das wird jetzt natürlich nicht nur deutlich, sondern es fehlen jetzt auch genau die Strukturen, die man dann bräuchte sozusagen, um auch auf diesem Wege oder auch aus diesen Bereichen sozusagen Familien zu unterstützen in solchen Krisensituationen. Konkret, welche wären das? Welche Struktur meinen Sie jetzt, Herr Aging? Also das ganze Thema der Familienberatung und der Familienstärkung, das sind, das müssen Sie mich gegebenenfalls korrigieren, Frau von Zugarten, das sind ja alles freiwillige Leistungen sozusagen auf kommunaler Ebene und wir alle wissen, oder zum großen Teil, und wir alle wissen ganz genau, was passiert, wenn Kommunen klamm sind, dann geht man natürlich erstmal an die freiwilligen Leistungen und wenn wir feststellen, dass in vielen anderen Bereichen viel zu wenig Personal da ist und viel zu wenig niederschwellige Angebote oder einfach anzunehmende Angebote, dann ist das natürlich in dem Fall, das ist zumindest eine Rückkopplung, die ich aus diesem Bereich gekriegt habe, egal, ob ich mit welchem Verband ich gesprochen habe, dann ist das natürlich auch eine Riesenbaustelle, die zusätzlich zu den ganzen Baustellen kommt, über die wir eh schon gesprochen haben. Frau von Zugarten. Also ich bin immer kein Freund von dem Ausdruck freiwillige Leistungen, weil es die in dieser Form eigentlich gar nicht gibt, sondern das sind Leistungen, die im Kinder- und Jugendhilfegesetz im SGB VIII drinstehen und auf die die Eltern auch ein Anrecht haben, wenn auch nicht auf jede Leistung einen Rechtsanspruch, aber auf jeden Fall gehört das zum Bereich der Daseinsvorsorge der Kommunen und dazu sind sie im Grunde genommen verpflichtet. Was, wenn wir jetzt auf die Zukunft blicken, ich nochmal betonen möchte, ist genau an dem Punkt anzusetzen, dass man genau da schauen muss, dass jetzt nicht vor dem Hintergrund massiven Kosten, die mit der Corona-Krise und deren Überwindung verbunden sind, jetzt nicht anfängt, genau an dem Punkt zu sparen und sagt, ja, jetzt haben wir hier Leistungen, da gibt es keinen subjektiven Rechtsanspruch und dann nehmen wir die Leistungen mal und lassen die ein bisschen dünner und dann haben wir eben genau die Situation oder wir lassen sie ausdrucken, dann haben wir die Situation, dass eben genau für den Kinderschutz, den Sie gerade angesprochen haben, eben nicht die entsprechenden Beratungsstellen mehr zur Verfügung stehen, weil sie im Kommunalen nicht mehr refinanziert werden. Dann haben wir eben nicht die Stellen, wo Kinder und Jugendliche sich hinwenden können. Dann haben wir die Infrastruktur nicht, die wir auch in anderen Bereichen, sei es bei Schwangerschaftsberatungsstellen oder ähnlichen Suchtberatungsstellen brauchen, dann wird diese Infrastruktur dünner werden und damit wird sich das auch sehr stark negativ auf Familien auswirken. Das muss man befürchten. Ihre Forderung wäre? Dass man jetzt ganz genau da hinschaut und genau hier nicht den Sparhebel ansetzt. Natürlich ist die Situation, in der wir jetzt stehen, vor dem Hintergrund auch der massiven Ausgaben, die zu tätigen sind und die in ihrer Form, das mag ich jetzt nicht hinlänglich beurteilen, in jenem Bereich auch notwendig sind, muss man sich darüber Gedanken machen, wie man auch irgendwann diese Kosten wieder oder dieses Geld, das man ausgibt, muss man ja auch irgendwann wieder einnehmen. Aber nichtsdestotrotz, jetzt am falschen aufzusparen, nämlich da, wo die Unterstützungsleistung für Familien und für Menschen mit unterschiedlichsten Problemlagen vorhanden sind, wenn man da genau Kürzungen macht, dann ist das einfach in der gesamtgesellschaftlichen Bewertung eine ganz schwierige Situation, in die wir uns begeben, wenn es darum geht, einfach auch soziale Ausgebung für unsere Menschen, für die Bevölkerung im Sinne der Daseinsvorsorge. Da muss man jetzt ganz genau aufpassen, ich sehe da schon die eine oder andere Kommune oder Land, die schon Kürzungspläne in ihren Stubladen haben und dass die genau eben nicht in diese Richtung gehen, sondern dass eben zumindest das aufrechterhalten wird, was ja nicht sogar ausgebaut wird. Was ich nochmal aufgreifen will, Herr Agilides sprach das gerade an, es ist geplant und das ist im Vorfeld so als Grobkonzept schon skizziert, dass ja im Herbst, Winter, also irgendwas zwischen September und Dezember eine größere Runde sich nochmal finden kann, weil was mir persönlich immer auffällt ist, es werden die Finger gezeigt auf die Politiker und wir haben glaube ich eine Chance und hätten die Chance und ich biete das an, dass das ein Forum, was wir heute hier haben, ein erster Auftakt, eine Initialzündung sein könnte, sie alle mit ihren unterschiedlichen Netzwerken von der Elterninitiative, vom Migrantennetzwerk, vom Parapetischen Wohlfahrverband, als Unternehmerin, als Universitätsverantwortliche hier sind ja alle drin und den Bundespolitiker, dass wir hier vielleicht was starten heute, was Ideen bringt und nochmal im Herbst ein oder zwei Tage ein Impuls dann senden kann, wo wirklich eine Entwicklung vielleicht nochmal angestoßen werden kann, was sollte dann da passieren, welche Themen sollte und könnten wir uns für diesen Herbsttag wie auch immer wie ihn von Format her aufbauen, mit welchen Leuten sollten wir uns zusammensetzen, welche Themen sollten in den Vordergrund. Frau Alifi, Sie sind Unternehmerin und sind ja auch, Sie kommen aus dem Branding, sind ja auch eine Kreative, wenn ich das in Erinnerung habe, vorher waren Sie ein Unternehmen, was würden, wie würden Sie denn an das Thema rangehen, um einen Fortgang von heute zu ermöglichen? Naja, nee, ich habe nur, um das zu ergänzen, ich habe auch lange als Investmentmanagerin für einen Social Impact Fonds gearbeitet. Das passt doch gut. Ja, genau. Also, ich bin beides. Ich bin Unternehmerin und mir ist auch wirklich wichtig, dass unsere Gesellschaft, also, dass wir ethisch unsere Unternehmen führen. Also, deswegen für mich ist es auch sehr wichtig, hier nochmal dafür zu sprechen, dass es tatsächlich auch nochmal Arbeitgeber anzusprechen. Also, ich denke, wir haben auch alle jetzt gelernt in der Zeit des Homeoffice, das geht durchaus. Ja, die Leute liegen nicht faul auf der Couch, sondern können durchaus arbeiten, auch im Homeoffice. Ich denke mal, das ist auch wichtig, dass man da tatsächlich Möglichkeiten, vielleicht auch von der Politik her, Gesetze schafft, dass es auf jeden Fall erlaubt ist, so und so viel Homeoffice-Tage zu machen. Das würde nämlich Eltern schon mal sehr helfen, nicht nur in der Corona-Krise, sondern auch, wenn das Kind krank ist oder es ein anderes Problem gibt. Und für mich ist immer noch, also, es ist immer noch das gleiche Thema, das ich am Anfang gesagt habe, wir müssen wirklich einen breiten Konsens haben, dass eben nicht so diese Angst und Panik geschürt wird, denn von Frau Zugarten, ich sehe das auch so, dass auch die Lehrer und Eltern, Frau Wenzel, einfach wirklich verunsichert sind, denn es ist tatsächlich ein Fakt, dass Kinder nicht zur Risikogruppe gehören. Also Kinder haben wahrscheinlich ein größeres Risiko, wenn sie eine Grippe haben, dass sie wirklich schwer krank werden und es ist auch ein Fakt, dass sie nicht das Pandemie-Geschehen beschleunigen. Und deswegen, und das müsste einfach mal festgestellt werden und es müsste einfach mal als unantastbar im Grunde festgestellt werden, dass systemrelevante Einrichtungen sind, die offen bleiben müssen. Ja, das kommt auch gerade, ich will das ganz kurz greifen, 12.44 Uhr kommt von Frau Mona Körber hier im Netz der Hinweis, im Herbst sei es zu spät, Herr Kochmann, an mich adressiert, aber es geht an alle, wir brauchen jetzt als Eltern verlässliche Informationen. Ich auch so, weil in dem Kinderleben, ja, Entschuldigen Sie, weil in dem Kinderleben ist ein halbes Jahr total lang und das kann man auch nicht wieder aufholen. Also das sehe ich auch so. Das ist total dringend, wirklich dringend, dass jetzt was passiert. Also sowohl für die Kinder als auch für die Eltern. Und dass da einfach ein Konsens geschaffen wird. Ja, was muss jetzt passieren? Frau Lutz, was würden Sie gerne kurzfristig jetzt umsetzen und hören von der Politik? Also ganz kurzfristig müsste man hören eben das, was auch in dem Kommentar genannt wurde. Wir brauchen, also Eltern brauchen jetzt eine Information, was passiert nach den Sommerferien. Also das haben wir ja auch als Konsens herausgestellt mit der großen Priorität, dass Schulen und Kindertagesstätten geöffnet bleiben, dass vielleicht auch andere Einrichtungen für Kinder, Spielplätze, Kindertoren, Musikunterricht oder sowas möglichst geöffnet bleibt, dass das wirklich die höchste Priorität hat, bevor das geschlossen wird, wird erstmal alles andere geschlossen. Und was ich aber auch wichtig finde, Plan B, sollte das wirklich unter gesundheitlich, also für die Gesundheit nicht, also sollte es nicht sicher genug sein, diese Einrichtungen offen zu lassen, was passiert dann? Also auch einen Plan B finde ich jetzt absolut notwendig, damit sich Eltern darauf einstellen können. Und wer soll den schreiben, den Plan B? Ja, der muss von der Politik kommen, also das muss dann wahrscheinlich auf Landesebene, wenn da die Bildungseinrichtungen und Kindertageseinrichtungen und wir auch auf Landes- und Kommunalebene, aber ich finde, da muss es dann zumindest aus der Bundespolitik auch ein Signal geben, dass das bitte passieren muss und dass Kinder und Jugendliche eine Priorität haben. Ja, Herr Agilides schreibt schon mit, ich sehe gerade den Stift. Ja gut, das richte ich natürlich vor allem diesen Appell an die Bundesregierung, dass jetzt irgendwie die Familienministerin mal sagt, das wird nicht nochmal so passieren, es sind Dinge passiert und das darf nicht nochmal so gehen, also das, darauf hatte ich eigentlich seit Wochen. Vielleicht auch noch als der Gänse, wir haben als Eltern in der Krise vor einigen Wochen einen offenen Brief geschrieben, der war an sechs Minister und Ministerinnen und die Bundeskanzlerin adressiert, weil wir der Meinung sind, das ist nicht nur Verantwortung der Familienministerin, sondern das ist, da muss auch der Gesundheitsminister in die Verantwortung gezogen werden, der Minister für Arbeit und Soziales, für Bildung. Das ist das Interdisziplinäre, was ich ansprach, richtig. Absolut, genau. Kam der an der Brief, kam er Resonanz? Ich glaube, er kam an Resonanz bis vorgestern keine. Mein Wunsch, meine Aufforderung ist, man ist manchmal überrascht, wenn man dann nochmal nachhakt, wie schnell dann die Antwort kommt. Ich würde da dranbleiben. Ich will Sie sehr ermuntern, bleiben Sie da dran. Ich glaube, es ist einfach ein bisschen, Frau Wenzel, vielen Dank. Frau Rösler, aus Ihrer Sicht, die wichtigste kurzfristig zu umzusetzende Maßnahme, wo würden Sie ran? Also ich würde, Frau, Sicherheit geschaffen werden muss, geöffnet werden müssen, muss irgendein Rahmenplan oder Rahmenkonzept für, oder Rahmenempfehlungen für digitaler Unterricht entwickelt werden, verbindend oder irgendwie von der höchsten Stelle. Und die Sache, dass es halt Länder, kommunale Sache und sonst was ist, das hilft nicht. Ja, also irgendein Konzept muss sein. Und wenn wir schon auch von den strukturellen Sachen jetzt ganz kurz, also meine Organisation, die ist hauptberuflich leitet, ist Träger von Jugendhilfe. Die sind Träger von Jugendberatung, Familienberatung, FSJ, Freiwilliges Soziales Jahr und Jugendzentrum, was alles gesichert sozusagen vorgibt nach verschiedenen Grundlagen. Wir bekommen unser Geld vom Bund, Länder und Kommunen. Und das ganze System ist zusammengebrochen, nicht mit Schulen, sondern wir als Jugendzentrum, was viele Migrantenorganisationen auch sind, haben erstmal schließen müssen, wurden verholt von einem Haufen von Regelungen, von Bundesebene eine Regelung, Landesebene eine Regelung, dritte Ebene eine Regelung. Wir konnten sehen, dass man in den Häusern keinen Plan hat. Also es gibt ja Pandemiepläne. Da ist vorgeschrieben, was man hat, was man zu tun hat, wenn man dann in die Abstände und so weiter. Aber es gibt offensichtlich keine Pandemiepläne für solchen Fall, wie die einzelnen Häusern. Das lernen wir alle dazu. Da gibt es viele Pläne nicht. Das Stichwort Blaupause, ich glaube, das teilen wir hier weltweit, dass hier wir in eine Situation reingeraten sind, wo es keinem vorzuwerfen ist, dass er das nicht vorbereitet hatte, bis auf vielleicht Unterpunkte. Aber wir kommen hier in einer umfassenden Form auf Neuland und auf Ambiguität und Unsicherheit. Das müssen wir alle lernen. Aber ich höre raus und das nehme ich jetzt mit, auch noch mal die Forderung, die Schulen zu öffnen und einen Rahmenplan für die digitale Einbindung, zumindest kurzfristig. Das war das, was ich bei Ihnen rausgehört habe. Es brach wieder ein bisschen ab, die Leitung. Ja, dann möchte ich auch noch mal Herrn Agelides fragen, auch mit Blick auf die Uhr. Wir sind in wenigen Minuten von der Zeit her durch. die Forderungen beziehungsweise die Angebote, weil ich finde, Sie sind in der Rolle nicht zu fordern, sondern vielleicht auch ein konkretes Angebot zu machen. Sie sind mit, zumindest ganz nah dran, etwas anzubieten. Was bieten Sie an? Wie könnte es nach heute hier weitergehen? Kurzfristig, im Herbst vielleicht auch, aber ich höre den Wunsch, was muss kurzfristig passieren? Was bieten Sie an? Also die kurzfristigen Dinge, die wir fordern, haben wir ja zu genügend, ich nenne es jetzt mal so, einfach gesagt, mit Blick auf die Uhr. Was ich sehr wichtig und spannend finde mit dem Blick nach vorne, ist, abgesehen von den Dingen, die wir jetzt hier schon genannt haben oder die jetzt von den Damen hier gesagt worden ist, wenn da noch zusätzliche Punkte auffallen, einfallen, wenn die aus den entsprechenden Netzwerken kommen, dann wäre es natürlich gut, die zu erfahren, weil wir bereiten eben, wie gesagt, die größere Runde für den Herbst vor und dann wollen wir natürlich entsprechend alle relevanten Punkte, die es gibt, dann wirklich auch dort, ich sage es mal, durchbesprechen, durcharbeiten, um ein Stück weit, auch wenn wir nicht die Regierung sind, dann doch als Opposition mal mindestens einen entsprechenden Vorschlag auf den Tisch zu legen und manchmal, vielleicht ist es ja auch eine Hilfe, dass wenn wir diese Veranstaltung heute machen und wir eine im Herbst sozusagen planen, vielleicht ist das für die Bundesregierung ja auch Antrieb genug, tatsächlich mal endlich so einen Familien-Eltern-Gipfel zu machen. Das wäre ja schon ein super tolles Ergebnis und ein super tolles Signal, auch wenn wir sehr viel mehr wünschen würden. Und wenn ich das in der Runde, wo ich ja gerade das Wort habe und in die Kamera spreche und ich weiß, dass eine Menge Leute zuschauen und zu hören, auch von Ihrer Seite, wenn sozusagen da entsprechend Ideen, Hinweise, Themen sind, die wichtig sind, melden Sie die einfach ans Büro, die kriegt man die Mail-Adresse für mein Büro, wo das da relativ einfach raus, dann funktioniert das auch. Man darf Ihnen jetzt noch Rücken schreiben. Sie meinen das ernst? Man darf Ihnen jetzt noch Rücken schreiben? Sie lesen das alles? Nein, es geht ans Büro nämlich an, nicht? Das wird gesammelt. Ja, genau. Es geht jetzt erst mal ans Büro. Aber das im Endeffekt so als Punkt. Und vielleicht noch einen Hinweis an Frau Alefi, dass der Hinweis mit dem Homeoffice ist absolut wichtig und richtig, so wie Sie es gesagt haben, dort, wo es geht und wo es gut passt. Und da sollte es auf jeden Fall ermöglicht werden. Da müssen auch die gesetzlichen Vorschriften gemacht werden und angepasst werden. Da sind wir absolut dafür. Da bin ich auch dafür. Ich selber habe bis 14 Jahre genossen. und von daher, ja, kann ich nur beipflichten. Genau das wollen wir auch. Sehr schön. Ja, Mensch, da finde ich jetzt sehr viele interessante Themen, die wir besprochen haben. Mir fällt das jetzt sehr schwer, hier eine Zusammenfassung zu machen. Das würde unterkomplex werden und eher peinlich. Das lasse ich weg. Ich finde, es sind bewusst auch viele Dinge offen geblieben. Was gut ist, es gibt Perspektiven. Es gibt Perspektiven. Erst mal kurzfristig. Danke, Herr Agelides. Man kann die Ideen auch an die Zuschauerinnen, Zuschauer und die Zuhörerinnen und Zuhörer, man kann das ja sammeln und bitte an das Büro von Gregorius Agelides in der Bundestagsfraktion noch mal zusenden. Dann haben wir ein bisschen Futter. Was sind Ihre Erwartungen und Wünsche? Kurzfristig bis mittelfristig. Und ich freue mich drauf auf die Möglichkeit, dass wir vielleicht in einem größeren Eltern, Lehrer, betroffenen Dialog interdisziplinär, wie auch immer das Ganze dann aufgesetzt wird im Spätsommer, möchte ich es fast formulieren, weil Herbst klingt in der Tat nach kurz vor Weihnachtsferien. Das ist zu spät, sondern bald. Noch einmal verdichtet, vertieft mit mehr Menschen. Diese angebrochenen Themen und die Bälle, die hier in der Luft sind, noch mal aufzugreifen und vielleicht mit drei, vier sehr konkreten Forderungen rauszugehen. Das wäre eine Möglichkeit, etwas, was ich auch anbiete, in irgendeiner Form dann zu unterstützen. Aber Sie können einfach darauf setzen, dass vielleicht von heute ein erster Impuls und ein paar Ideen rausgehen in die Familien, in Ihre Verbände, in Ihre Netzwerke. Und ich möchte mich bei Ihnen allen an der Stelle bedanken für diese Offenheit. Ich fand die Zusammenstellung umso bereichernder. Jetzt merke ich nach zwei Stunden so viele Perspektiven. Das nächste Mal wünsche ich mir als Mann in der Tat, dass das Thema Familie nicht nur von Frauen vertreten wird, sondern dass vielleicht zwei, drei Männer auch dabei sind, vielleicht mal die Forderung in diese Richtung zu bringen. Aber mir hat es Spaß gemacht mit Ihnen. Ich danke Ihnen für Ihre Offenheit und wünsche Ihnen jetzt einen schönen Rest des Sommers. In welchen Bundesländern auch immer haben Sie noch ein paar Wochen vor sich. Berlin hat noch zweieinhalb Wochen. Und insofern genießen Sie die Zeit. Sofern Sie es können, bleiben Sie gesund. Und ich freue mich sehr auf ein Wiedersehen, wann auch immer gerne, auch Präsenz, wenn wieder möglich. In dem Sinne.